Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 104 des Tele-Stammtischs. In dieser Ausgabe bekommt ihr den zweiten Teil des wirklich sehr exklusiven und extrem interessanten Interviews mit Horst Gotter zu hören. Das waren zweimal circa zwei Stunden, die ich zusammen mit den ehemaligen Jungs von den Comic-Cookies aufgezeichnet habe. Wir waren bei Horst zu Hause auf dem Dachboden, haben zwischen ganz schön vielen Comics gesessen und aktuelle Themen der Comic-Szene und seines Verlages besprochen. Den ersten Teil dieses Interviews bekommt ihr bei den Comic-Cookies zu hören, da in der aktuellen Ausgabe einfach mal reinhören. Und das ist nun der zweite Teil, der nicht minder interessant ist. Hört ganz genau hin, verpasst nichts und hinterlasst gern Feedback auf tele-stammtisch.de oder der Social Media Plattform eures Vertrauens. Bis dahin und tschüss. Kracht. Also Leute, wenn man es nicht gesehen hat, man würde es nicht glauben. Wir haben viele Themen hier auf dem Schirm, haben auch schon in der Pause jetzt ein bisschen was besprochen. Und ich möchte gerne zum Einstieg mal ein Thema aufgreifen, das beim Comic-Salon ganz relevant gewesen ist. Da gab es eine Handvoll Themen, die dieses Jahr aufgegriffen haben und da möchte ich auch mal ein großes Kompliment dalassen. Denn die haben es in diesem Jahr geschafft, das war nicht in jedem Jahr so, die bestimmen ein bisschen die Themen der Panels und was sie eben auch zulassen und was sie nicht zulassen. Und meines Erachtens haben sie es in diesem Jahr ganz gut geschafft, die Themen, die die deutschsprachige Comic-Szene aktuell umtreiben, auch zum Inhalt der Panel-Gespräche zu machen. Und ein großes Thema, weil es in mindestens drei Panels stattfand, war das Thema Förderung. Es geht also ein bisschen um die Frage, was für Comics werden in Deutschland gefördert? Wofür gibt es Stipendien? Wofür gibt es Preise? Und eben auch keine Preise? Und relativ eindeutig wurde es dann auch in einem Panel, das der Lars von Törne moderiert hat. Er hat dort ein bisschen nach eigenen Kriterien, aber letztlich trotzdem sehr anschaulich, mal analysiert, was in den letzten Jahren eigentlich für Comics Preise bekommen haben. Welche Genre da ab letztlich ausgezeichnet werden. Und es war schon sehr klar, das sind quasi Graphic Novels. Das sind Dinge, die tendenziell autobiografische Inhalte haben. Man möchte weitesten Sinne von Erwachsenenliteratur, ist es gar nicht, aber sagen wir mal, für Tor-Comics sind es gewesen. Und weniger konkret Genre-Comics, weniger auch sowas wie, ich möchte den Begriff jetzt mal absichtlich wählen, Schundliteratur. Also Themen, die vielleicht auch jetzt noch nicht so im Mainstream stattfinden. Und vor allem auch fällt auf, welche Verlage dort Preise und Förderungen bekommen und welche nicht. Deswegen würde ich gerne nochmal an den Horst das Thema geben. Förderung ist in Deutschland ein großes Thema. Oftmals haben wir verschiedene Formen von Förderung. Wir haben Arztförderung, wir haben Buchförderung und in einem gewissen Rahmen vielleicht auch eine Verlagsförderung. So wie wir das ja beispielsweise auch in der Schweiz haben mit der Edition Moderne. Aber der Splitter Verlag, der ist mir, was die Förderung angeht, in den letzten Jahren nicht so aufgefallen. Woran könnte das eigentlich liegen? Der Thilo Krabb hat in demselben Panel sehr positiv mal Beispielbilder gezeigt vom Ingo Römmling, der eine unfassbar großartige Arbeit macht, wunderschöne Artworks präsentiert. Und diese sind, weil man, ich glaube, vielleicht mal beim Rudolf-Dürks-Award, aber ansonsten nirgends in irgendeiner Form mal ausgezeichnet wurden. Wie stießt du eigentlich, hier heute auch eben auch in Vertretung für den Splitter Verlag, eigentlich zu dieser Förderung von Comics in Deutschland? Meinst du die Förderung, die wir geben oder die Förderung, die wir bekommen? Die ihr bekommt. Die Förderung, die wir bekommen, ist ja sehr gering, weil wir in der Graphic Novel einfach in der Szene nicht im Mittelpunkt stehen. Das heißt also, sehr oft wird die Förderung auch letztendlich in Szene vergeben und in Szene aufgebaut. Das heißt, wir bekommen halt sehr oft mit, dass Comics erscheinen und irgendwann mal hieß es, der war ja auch schon gefördert, wurde gefördert, die ja auch bei der Kreation schon gefördert sind. Also die Künstlerförderung ist ja, sag ich mal, das Typische eigentlich jetzt für die deutsche Graphic Novel. Dass ja der Künstler letztendlich vielleicht schon über die Hochschule, über Berlin gibt es viel Förderung für Künstler und sowas, dass praktisch wir das überhaupt erst erfahren, wenn es erschienen ist, dass es überhaupt sowas an dem Pott gab. Die Szene an sich wendet sich ja auch nicht an uns. Das ist also etwas, wo wir wirklich sehr, sehr stark als Außenseiter wahrscheinlich gesehen werden, weil wenn ich, ich würde es auch jetzt keinem deutschen Graphic Novel-Künstler jetzt irgendwie empfehlen, unbedingt zu Splitter zu gehen, weil letztendlich wird die Graphic Novel, wir waren ja beim Verkauf in den Geschäften, wird die Graphic Novel ja auch wieder in einer bestimmten Kategorie geführt und da sind wir nicht stark. Also wer jetzt unbedingt eine starke Graphic Novel-Family will, ist wahrscheinlich bei Splitter auch nicht in der idealen Heimat. Das würde ich sofort so zugeben. Wir machen Graphic Novels, ganz einfach, weil wir ja nicht nur, wie ich ja schon gesagt habe, in jedem Genre was abbilden wollen, sondern weil wir ja auch wissen, dass wir damit ja Kontakte im Geschäftswesen, in anverständlichen Läden, in den Buchhandlungen haben, dass wir da einfach als Verlag, als Standing natürlich auch gesehen werden, als ein Verlag, der zum Beispiel eben anspruchsvolle und eben zum Beispiel keine Kinderkomics, weil sehr oft ist ja außerhalb der Graphic Novel dieses Jahr selbst, damals, das ist ja das, was ich immer wieder erwähnen muss, was mich ärgert, dass der allererste Graphic Novel, vielleicht ja vor 15 Jahren in Deutschland, dem ersten Satz stehen hat, Graphic Novels sind keine Comics für Kinder. Damit war ja impliziert, dass alles, was keine Graphic Novel ist, Kinderkomics sind und wir stehen ja schon immer für Erwachsenecomics. Und aus der Situation geht die Szene an uns vorbei. Wir haben tatsächlich noch nie so viel geförderte Comics im Programm gehabt wie die letzten ein, zwei Jahre, weil die Förderung allgegenwärtig ist. Wie du sagst, das ist überall ein Thema. Auch die Franco-Belker, welchen speziell, gibt Förderung raus. Einzelne Länder geben auch Förderung raus, einfach auch, das sind so Sprachkulturtöpfe, das heißt, die geben für die Übersetzung Förderung raus. Dann haben wir dann einfach rein, zum Beispiel eben ungefähr gerechnet, gratis, dass die Übersetzung, dass wir das dann einkaufen als Normallizenz, aber die Übersetzung bekommen und sowas. Aber das macht ja bei uns im Programm ein Prozent aus oder eine Bromille. Also das ist so unrelevant, dass es wirtschaftlich keine Rolle spielt. Wir haben niemanden, der bei uns jetzt im Verlag speziell darauf schaut, dass wir jetzt irgendwo in der Szene, weil das wäre das, was wir uns nicht kümmern müssen. Du müsst jetzt sagen, ich kaufe geförderte Comics ein und wenn du das suchst, dann ändert sich das Programm, weil das wird halt nur in einer ganz bestimmten Kategorie von Comics gefördert. Also das, was wir, sagen wir mal, in der Bandbreite haben, zu 90 Prozent, gibt es keine Förderung. Würdest du dir das denn wünschen? Also es könnte durchaus funktionieren, dass es jetzt einen Bundestopf gibt, wo auch immer der herkommt und der ist nicht abwegig, weil der Koalitionsvertrag immerhin so drinsteht. Dass man jetzt sagt, okay, wir möchten mit irgendeinem Betrag X, irgendeinem Festbudget, wie auch immer, die Comics hier unterstützen. Könntet ihr euch das vorstellen oder sogar wünschen, dass ihr unterstützt werdet? Oder wollt ihr das vielleicht gar nicht? Wolltet ihr das vielleicht anderen Leuten eher zukommen lassen? Wie sieht es aus? Also wenn man das Comicverlegen als Problem definiert in Deutschland, also das macht man ja hier sehr gerne, also es ist nicht einfach, in Deutschland Comics zu verlegen oder als Künstler von Comics zu leben und so. Wenn man das als Problem definiert, kann man natürlich ganz klar sagen, die Förderung sollte oder kann einen großen Anteil ausmachen. Und ich habe ja auch Kollegen, die zu mir sagen, warum macht ihr das überhaupt so? Wir bringen so gut wie nur geförderte Comics. Also wir gucken erst mal, was kommt rein und was können wir daraus für ein Produkt stricken. Und ja, dann schaue ich halt rein und sage, das ist euer Verlag, das ist euer Programm, aber das, was wir machen und machen wollen, können wir so ja nicht umsetzen. Das heißt also, ich tausche ja so, wie sagst du, wenn man es jetzt negativ teufelt mit Belzebub oder was weiß ich. Also ich komme ja nicht wirklich voran. Ich habe zwar mehr geförderte Comics im Programm, aber ich habe ein Programm, was zum Beispiel, und das ist halt auch typisch für geförderte Comics, die sind ja nicht im klassischen Sinn populär. Sie sind gefördert aus einem bestimmten Grund heraus, meistens aus einem kulturellen Grund, erfüllen ihre Aufgabe, soll gar keine Kritik sein, sind da vollkommen richtig, die Förderung ist richtig, dass sie erscheinen ist richtig, aber sie haben mit dem Markt, von dem wir reden, von dem allgemeinen populären Markt eigentlich gar nicht viel zu tun. Weil vielleicht die Einstellung ist, dass man auch populäre Comics nicht fördern muss. Das müsste es, also die Frage nicht an mich, sondern an die andere Seite stellen, weil ich könnte natürlich jetzt schon immer fragen, warum fördern Sie die Comics nicht? Weil die sind, was den Anspruch, was das alles angeht, die Idee, die Umsetzung, bringen wir ja zu 99% voll professionelle Comics. Also die Förderwürdigkeit an sich wäre gegeben, aber das ist nicht der Intent, das ist nicht die Idee, die dahinter steckt. Die Förderung soll an bestimmten Stellen bestimmte Ideen vorrangig präsentieren oder auch bestimmte Verlagsstrukturen, bestimmte Kategorien. Man will ja auch das Comic einfach in der Wertigkeit, das ist diese Graphic-Novel-Initiative, man will ja dem Comic eine höhere Wertigkeit geben. Wunderbar, von der Idee her. Aber das wird halt nicht übertragen, ich weiß nicht, ob man das möchte oder nicht, aber es wird nicht übertragen auf die allgemeinen Comics. Und ich fühle mich halt mit jedem Comic zu Hause, wenn ich es mal so formulieren will. Wir haben zwar immer noch keine Mangas im Programm, aber wenn ich jetzt einfach unser Programm anschaue, wer hat denn mehr Abwechslung wie wir? Keiner. Wer hat mehr neue Titel wie wir? Wahrscheinlich auch keiner, weil es gibt ja viele Leute, die sagen auch immer, der franco-belgische Markt ist ja so altbacken und sowas. Ja, vielleicht von der Form, von der Formalie rundherum, von der Ideenwelt ist er vielleicht von der Vergangenheit. Aber wir bringen ja, es gibt Monate, bringen wir acht oder neun Starts in einem Monat. Es gibt große Verlagshäuser, die mal als Marktpräsenz auf Platz 1 gehandelt wurden, die bringen das im Jahr vielleicht mal acht neue Starts zustande. Und das machen wir Monat für Monat eigentlich. Also nicht jeden Monat, aber viele Monate. Und wenn man diesen Vorhang bei uns ja immer sieht, dann steht da irgendwo 70 Neuerscheinungen. Also das sind dann neue Comics, die neu als Idee, neu präsentiert wurden. Für mich wichtig, dass ich irgendwie sage, es ist auch etwas, was die, also Kultur ist immer so etwas, was auch die Realität widerspiegelt. Und da sitzen ja auf der anderen Seite auch, was weiß ich, für 70, und das ist ja ein Halbjahresprogramm, 70 Künstler, die in letztem Jahr 70 mal ein Jahr lang in ihrer Stube gesessen haben und haben dieses Comic-Ready, also die haben was erzählt über diese Gesellschaft, über diese Welt. Und dann gehört das für mich auf den, so quasi als Kulturbeitrag auf den Markt. Klar, das ist nicht fremdbestimmt, sondern das ist bestimmt durch die Kultur. Da kommt wieder dieses Thema mit dem Autoren-Comic-Verlag. Die bieten es uns ja an, die Künstler. Oder halt die Lizenzgeber, die ja oft dann, die Künstler, die ja bei uns erscheinen, sind ja in der Regel auch schon erschienen. Also als Unterlizenz erscheinen sie halt bei uns. Aber das ist praktisch. Für mich ist das die Kultur. Und die spiegeln wir dann wieder. Und deswegen auch Förderung, deswegen frage ich auch konkret, und da seid ihr auch Herr Lescherz eingeladen, vielleicht habt ihr noch Ergänzungen, aber wird Förderung, wenn wir von Förderung in Deutschland reden, da wird das nicht zu oft viel zu kurz gedacht. Wir haben eben die Artist-Förderung mit den Stipendien. Wir haben die Buch-Förderung, wo konkret mit was auch immer, meinetwegen Preisen so gefördert wird. Und wir haben letztlich, wenn auffällig oft Verlage, konkrete Verlage, so Preise und was bekommen, letztlich auch eine Verlagsförderung. Ob wir bei Förderung nicht einfach zu knapp im Umfang denken. Muss Förderung nicht eigentlich auch eine Vertriebsförderung sein? Eine Förderung von Öffentlichkeitsarbeit? Irgendwie auch die Frage, okay, beispielsweise im Einzelhandel, dass es besonders attraktiv wäre, für auch meinetwegen einen Discounter, eine Comic-Wand zu haben und da Comics zu haben, weil die die eben zu besonders guten, steuerlich geförderten Konditionen anbieten können. Und sei es eben nur als Initialförderung, um diesen Markt oder die Szene zu unterstützen und wovon natürlich dann auch Splitter was hätte. Oder beispielsweise auch, wenn wir uns sowas anschauen, wie den Comic-Talk, wo ihr ja auch regelmäßig mal besprochen werdet, wo auch Kurzreviews erschienen sind, glaube ich, auf deren YouTube-Kanal, wenn es eben genau anders wäre, wenn das eine Institution wäre, die staatlich gefördert wäre und die euch bezahlen würde, dafür, dass die eure Comics dort präsentieren dürfen, wäre das nicht so, einfach nur so mal ein paar Ideen in den Raum zu werfen, strukturelle Förderung von Comic und wir vielleicht einfach die Comic als Ganzes ein bisschen nochmal anpacken können. Wäre das nicht irgendwas, wo wir Comic fördern können? Michael, ich gucke dich da mal konkret an. Hast du da Gedanken und Ideen zu? Was hältst du von dieser total absurden Idee? Lass mal ein Brainstorming machen. Also ich habe mich ja eben gerade gefragt, ob eine Förderung in dem Sinne ist, wenn jemand von allein nicht zurechtkommt, dass er subventioniert wird, damit es irgendwie gelingt und das scheint Plitter zum Glück ja gar nicht so nötig zu haben, weil es bei denen von alleine gelingt. Aber dafür ist die Förderung ja scheinbar gar nicht da, weil jetzt habe ich dir weiter zugehört. Die Förderung scheint ja dafür da zu sein, um Comics ein bisschen zu platzieren, das Medium zu repräsentieren, damit das... Die Gattung. Genau, damit die Gattung gefördert wird. Das finde ich eine gute, schöne Idee, ja. Wie man das fördert... Comicläden zum Beispiel, die Zuschüsse zur Miete bekommen, was auch immer. Das finde ich cool. Also Miete ist vielleicht... Also ich kenne jetzt ja nur so ein, zwei Beispiele. In der Großstadt ist die Miete unglaublich hoch und in der Großstadt sind viele Leute. Auf dem Land ist die Miete ein bisschen weniger, aber da gibt es nur zwei Comicleser. Wo macht man denn überhaupt einen Comicladen auf? Weil die Förderung hilft nicht, die Miete in der Großstadt zu zahlen. Also es reicht nicht aus. Egal wie hoch die Förderung wäre, die müssen ja, was weiß ich, wenn die sagen, bezahlen 50 Prozent. Das sind ganz schön große Kosten. Dafür, dass der Laden zwar Comics präsentiert, aber es eventuell, wenn wir alle Pech haben, nicht mehr Leute interessiert. Außer, dass Kunden mal reingucken, durch unvorsichtigen Umgang Comics kaputt machen und ohne was zu kaufen wieder gehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kritisch von mir gesehen. Aber Förderung, ja, finde ich eine richtig schöne, gute Sache. Da, wo ich Förderung gesehen habe, habe ich halt immer so diese Maschinerie, die dann sich automatisch fortsetzt gesehen. Also irgendjemand, der noch nie gefördert wurde, wird kritisch betrachtet. Es wird ihm schwer gemacht, eine Förderung zu kriegen. Ich meine jetzt nicht nur Comicförderung. Jemand, der schon mal eine Förderung hatte und erneut um eine bittet, da wird nur geprüft, ob er die verdient hat und wie wird das geprüft? Ah, er hatte schon mal eine Förderung. Wahrscheinlich, verdienterweise. Also gewähren wir die nochmal. Mir kommt das vor, wie in einem Beamtenabwicklungsdeal. Jemand, der ein bisschen pfiffig ist und sich die einmal ergaunert hat oder zurechtbekommen hat, kriegt die danach leicht gerne wieder. Und jemand, der damit starten möchte, eine Förderung zu kriegen, vielleicht hat er auch eine weltverbessernde Idee, hat sehr schwierig. Ich würde am liebsten daran basteln, wie die Förderung aussehen soll. Aber das ist ja mein subjektives Empfinden, wie ich es verteilen würde. Und da gäbe es bestimmt schon, angenommen, ich wäre in der Abteilung, es gäbe noch drei Mitarbeiter, die mitbestimmen dürften mit mir zusammen. Die wären anderer Meinung. Die würden sagen, mach doch nicht sowas. Also ich würde Fußballcomics fördern und du willst unbedingt Comic-Kunst fördern. Wie blöd bist du denn? Ist jetzt nur irgendwas dahergesagt. Ich meine nur das Prinzip. Finde ich immer schwierig, wenn es Förderung gibt, kommt es mir immer so vor, als landet die nicht so, wie ich es ideal sehen würde an den Stellen. Wenn man davon absieht, ich finde es schön, wenn Comics gefördert würden, damit Comics besser präsentiert werden, besser wahrgenommen werden können, damit es vielleicht nicht 95 Prozent der Leute nicht lesen, sondern vielleicht mehr Leute sehen, dass es was Lesbares ist. Ja, das vertrete ich, weil ich Comics mag und ich mag die so sehr, dass ich da sogar Aspekte hervorheben möchte, wo jeder schon mit den Augen rollt, weil Comics hat mehrere Ebenen, auf diese künstlerisch gestaltet und umgesetzt werden können und auf diese gelesen werden können. Das ist manchen schon zu viel und dann sehe ich, gut, Menschen sind nicht alle so wie ich. Ich zähle aber auch zu den Menschen. Du hast keine Ahnung, Förderprogramme für Lesungen an Schulen staatlich gefördert, eine versteuerliche Unterstützung des Gratis-Comic-Tags mit Beteiligung von Splitter natürlich auch. Brauchen wir sowas? Also für mich dreht sich das darum, wenn ich etwas fördere, dann will ich ja im Prinzip etwas etablieren. Und etablieren kann ich ja auch wieder nur etwas, was ich selbst in der Hand habe. Das heißt, für mich wäre dann Förderung, soll jetzt nicht die nationale Schiene im Gegenteil sein, aber Förderung wäre ja etwas, wo ich ja Zugriff habe. Also das heißt, einen Künstler zu fördern. Weil das andere, was ich ja fördere, habe ich ja, ich habe es nicht. Also ich kann es fördern, aber ich kann schauen, das hat sich vielleicht für irgendjemand irgendwie gelohnt. Auch da wieder kriege ich Förderung oder gebe ich Förderung. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir arbeiten mit jemandem zusammen, dann sagen wir immer, es ist immer ein Geben und Nehmen. Das heißt also, wir fördern zum Beispiel jede Art von Zusammenarbeit. Das heißt, wir machen alle Schranken, die es gibt, runter. Wir machen die Sachen so günstig und so schlank, dass man Zusammenarbeit auch machen kann, wo halt normalerweise vielleicht keine Wege sind. Das wäre jetzt das Beispiel zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Veranstaltungen sind, das gibt man Ware und macht eine Prämission alles und was soll ich und macht die Abwicklung, gibt alles als Verlag mit, um zum Beispiel einfach mal ein Comic oder ein Event zu fördern. Das ist jetzt erstmal so von dem, wo wir was machen können. Wenn ich aber jetzt etwas bekomme, es geht ja darum, ich muss ja was, einen Künstler haben und für mich ist das einfach, man schaut immer auf dieses, Förderung fängt an und Förderung hört irgendwo auf. Das würde ich also so, wie Michael das gesagt hat, auch bestätigen. Was kommt danach? Die nächste Förderung, die nächste Förderung, hätte ich jetzt einen Künstler und der ist gefördert, werde ich den immer fördern müssen? Weil wenn der wieder gefördert wird, beim zweiten, beim dritten, dann habe ich fünf oder zehn oder jahrelang den selben Künstler, den ich immer fördere. Oder fange ich jetzt an, die Förderung zu verteilen? Also das heißt, ich gebe dem Ersten die Förderung dieses Jahr, dann ist der nächstes Jahr quasi nicht gefördert, damit vielleicht schon wieder draußen. Vielleicht jetzt bezogen auf den Leser mit einer abgebrochenen Serie, weil er nicht mehr gefördert wurde und jetzt förder ich den Nächsten und der bricht dann das Jahr drauf ab, weil ich ja wieder die Förderung weitergebe. Also würde das ja theoretisch, nicht jetzt moralisch, sondern theoretisch dafür, nur einen zu fördern, den immer zu fördern, dass man wenigstens zu einem durchgesetzt hat. Dann kriegt der alles. Aber jetzt als Verlag mit zehn Künstlern, das ist ja sehr gerecht. Einer kriegt alles, die anderen kriegen gar nichts. Spätestens dann, wenn ich den, den ich fördere, schlechter verkaufe, als den, den ich nicht fördere und den, den ich nicht fördere, weil ich ihn nicht gefördert habe, stelle ich einen quasi. Weil ich ja den jetzt kalkulativ weniger invest habe und ich kann praktisch die Entscheidung nur gegen die eigenen Interessen treffen. Deshalb ist Förderung so eine zweischneidige Geschichte. Wenn der dann sagt, ich habe einen Fördertopf und ich will was Bestimmtes fördern, dann ist das auf dieses Bestimmte, ob das ein Event ist, ob das ein Künstler ist, ob das eine Thematik ist, sehr viel eben wie im Kulturbereich, also im Bereich Innerländer, europäischer Ausgleich, also viele Europaprogramme und sowas läuft ja, dass man sagt, okay, wir haben zum Beispiel eben kein deutsches oder kein französisches oder sowas Projekt, sondern ein europäisches Projekt. Dann gibt es diesen Förderer für die europäische Idee. Aber dann betrifft das dieses eine Objekt. Das hat mit der Förderung des Verlages oder der Förderung des Künstlers nichts zu tun. Und das sollte man halt dann sehen. Und da sehe ich halt die Schwierigkeit auch. Weil wenn man am Schluss fördert, hat man nicht das, was dahinter steht, den Leser, den Kunden, den Markt, hat er damit nicht erobert. Man hat sich da reingefördert. Und deshalb denke ich mal, man sollte wirklich schauen, dass man die Wege klein macht, dass man es schlank macht an solchen Stellen. Also fördern im Sinne von moralisch fördern, anstatt jetzt wirklich mit Geld zu fördern. Sondern zu sagen, okay, wir können viele Dinge schlanker, einfacher machen für viele. Menschen, jetzt Splitter bin ich jetzt mal außen vor, weil wir es einfach von der Kapazität nicht glauben. Aber eine Förderung für deutsche Künstler zum Beispiel oder für deutsche Ideen wäre, wenn es sowas wieder wie so ein Magazin gäbe, wo man halt einfach best of und wo dann Künstler einmal oder zweimal im Jahr veröffentlicht werden, damit sie einfach mal in Printform rausgebracht werden. Zum Beispiel. Dann haben die ja eine Förderung, weil sie für sich alleine unsichtbar wären und dann sind sie in ein Projekt angewunden. Das wäre vielleicht auch, war ja auch so, beim Gratis-Comic-Tag waren ja viele Kleinverlage am Schluss drin, die da ja auch so eine Förderung hatten eigentlich. Dass die nämlich in den ganz normalen Buchladen als Gratis-Comic an Klientel verschenkt wurden, die Hälftchen, die sonst keiner jemals in die Hand bekommen hätte. Das ist ja auch eine Förderung. Also auch das ist ja das, was wir gemacht haben. Also die großen Verlage haben ja einen höheren Anteil getragen, der Kosten vom Gratis-Comic-Tag und die Kleinen haben davon profitiert. Aber als Verstetigung, auch beim Gratis-Comic-Tag, meiner Meinung nach irgendwann mal das Problem gewesen, als Verstetigung darf das halt auch nicht so sein, weil im Schluss waren ja drei, vier, fünf Verlage, weil es hat ja was mit dem Handel. Wir wollen ja im Handel erfolgreich sein und es haben ja auch Verlage und Projekte mitgemacht, die nur für diesen Gratis-Comic-Tag produziert wurden. Da war ja nichts dahinter. Die Idee ist ja die, den Händler verschenkt das Comic und du hast diesen Interessenten, diesen Leser in deinem Laden und dann kannst du ihm aus unserem Programm das alles, was entweder vom selben Künstler ist aus der selben Serie oder sowas, dann verkaufen. Die Idee ist ja da auch schon nicht mehr erfüllt worden. Also die Förderung hatte so eine Art Selbstzweck. Die Läden haben auch nicht mehr alles vorrätig gehabt. Wenn du dann gesagt hast, ach, das hat mir gut gefallen, wo kriege ich ein Band 2? Ja, müssen wir bestellen oder ist gerade vergriffen oder sonst was. Das konnte auch passieren. Und manche haben ja komplett abgeschlossene Hefte gehabt. Das heißt, du hast ein komplettes Album gehabt. Dann hast du gesagt, okay, kann gut sein, kann ich mit den 2 weitermachen. Aber manchen waren ja auch nur Bruchstücke, also ein halbes Album. Dann willst du auch wissen, wie es weitergeht. Und wenn das dann nicht im Regal steht... Es kann also quasi nach hinten losgehen. Also eine Förderung ist nicht die Lösung für ein Problem. Wenn ich, was ich mir wünschen würde, das ist eigentlich immer mein Lieblingsbeispiel, wenn dann eine Förderung für die gesamte Comicbranche Sinn macht, dann einfach, für mich tut der Fisch immer vom Kopf her stinken. Von ganz oben. Ich bringe da immer das Beispiel vom Scheck Lang, vom französischen Kultursminister, der 15 Jahre lang immer in Angoulême die Eröffnungsrede gehalten hat. Und welcher deutsche Politiker, welche Innenministerin... Die Söder war immerhin in Erlangen. Die Söder war in Erlangen. Ah ja. Ja, und der Dings war ja auch... Mann des Volkes. Der ehemalige Finanzminister war ja auch mal bei uns in Leipzig, ist er rumgelaufen. Ich bin sofort zu ihm gerannt. Wir haben sofort Fotos geschossen. Ich habe den vollgeladen, aber der wusste gar nicht, was dem geht. Der war auch in Stuttgart schon mal auf so einer Comic-Diskussion. Wie hieß er dann, der Kerl? So weißt du, von der FPÖ. Ich weiß, der Staat saß da auch mit zum Thema. Und ich habe ihn ja gefragt, also er ist ja nicht mehr aktiv in der Politik drin, aber ich habe ihn gefragt, ob er jetzt das sieht oder mit Kollegen, ob mal irgendwie die Politik, weil wir so über die Branche geredet haben, über die Branche, das würde ich mal gerne, ihn hätte ich gerne mal gesehen. Er ist ja als Finanzminister nicht für zuständig, jetzt für Comics, aber dass man sagt, es gibt von ganz oben im Prinzip einfach mal so einen Anschub. Weil eine kulturelle Anerkennung ist halt, wie soll man das sagen, Banker fahren mit BMW und Mercedes vor. Politiker fahren ja mit diesen bestimmten Automarken vor. Das ist einfach ein Level, das du erreichst, in dem du sagst, in der Kultur gibt es einen Step abwärts für die Comics, wenn du im Prinzip von ganz oben her mal etwas gefördert. Und das ist einfach nur eine moralische Förderung im Endeffekt. Da muss man jetzt mit Geld kommen. Das ist ja der ureigene Kampf des Comics. Es gibt immer Gewinner und Verlierer in dieser Balance in der Welt und da jetzt hinter den Comics so wenige Leute stehen, ist es halt immer sehr schwer, auf der Gewinnerseite zu sein, kulturell gesehen. Vielleicht so ein bisschen auf Wunsch stecken meinerseits, aber ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass es einfach auch das Publikum einfach exponentiell steigt. Also gefühlt ist ja das Publikum auch irgendwie endlich, wenn es um Comics geht. Das heißt also, ja okay, du hast Quereinsteigende, ja okay, du hast irgendwie zum Geburtstagsgeschenk mal einen Comic verschenkt oder so und mag auch sein, dass mehr Leute David Bowie Comics kaufen als jetzt meinetwegen einen Fantasy-Comic vom Splitter. Das mag auch sein, aber insgesamt will ich schon deutlich mehr einfach Endkunden haben. Ich hätte gern drei, vier, fünfmal so viele Leute in Erlangen, die dort ein Ticket kaufen und deswegen frage ich mich halt, wie wir das unter Umständen ansteigen, angehen können und mir widerstrebt ein bisschen die Vorstellung, also diese ganzen geförderten individuellen Comics, die auch alle diese Preise kriegen, die ich im Regelfall auch alle ganz gut finde und alle irgendwie auch allein schon aus professionellen Gründen ja auch lese, die ich tolle Interviews führe und die mag und so. Wir haben dann im Ergebnis einfach noch mehr tolle Comics, die keiner kauft und das war nicht für ein Problem. Wenn ich diese 200 bis 250 aus diesem PPM-Interview höre, das ist eine super erschlagene Zahl, dann habe ich im Endeffekt, wie gesagt, nur noch mehr tolle Comics, aber wir brauchen eigentlich einen Markt, der diese ganz vielen tollen Comics überhaupt ermöglicht, bestenfalls sogar selbsttragend irgendwie auch ermöglicht, der aufgrund der quantitativen Abverkäufe überhaupt möglich macht, dass Menschen Vorschüsse bekommen, mit denen sie zumindest eher leben können, als sie das aktuell sind und ich würde eher in diesen Dimensionen denken, wenn ich von Förderung spreche, als jetzt davon, ob jetzt, keine Ahnung, was auch immer für eine Graphic Novel jetzt gerade 30.000 Euro Stipendium bekommen hat oder nicht, weil das im Ergebnis einfach nur ein weiteres tolles Buch zur Folge hat, von dem 500 Stück verkauft werden. Das finde ich, das ist so meine Perspektive, wenn es um Förderung geht und deswegen waren jetzt auch meine ganzen Beispiele eben fernab von Individualförderung, sondern ein bisschen allgemeiner, auch ein bisschen offener formuliert. Wenn du mehr Förderung machst, hast du ja noch mehr Comics am Markt. Du kriegst ja nicht weniger Comics. ich will eben keine Individualförderung machen, ich will Stupu-Förderung machen. Ja, aber dann hast du mehr am Markt, wenn ich jetzt praktisch hingehe und sage, deine Kritik war doch eben daran, dass es so viele Neuerscheinungen gibt. Wir haben ein kumulatives Problem, aber das haben wir nicht nur in den Comics, das haben wir in der gesamten Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, die in einem Überangebot von allem. Ich bin kein Fachmann für, aber ich gehe da, was weiß ich, ab und zu mal Lidl und Ali, dann gehe ich durch und dann denke ich, es gibt 70 Rasierwasser, 70 Rasiersaum, Dingsschaumseife, dann denke ich, naja, ich hole meine Fahrseife wie seit 20, 30 Jahren und wer kauft das, was ist das? Und dann gehe ich in das nächste Regal und dann habe ich das, was weiß ich, bei den Naschsachen und bei dem und da und da und bei der Hygiene und das. Es ist völlig egal, es gibt alles 70 Mal, alles. Es gibt kein einziges Produkt, fünfmal oder zehnmal, alles gibt es 70 Mal. Es gibt ja sogar mittlerweile, ich habe das nie verstanden, weil meine Frau gefragt, es gibt ja mittlerweile drei Milchabteilungen. Ja, weil sie ja sagt, hol Milch und ich sage, da ist die, wir haben immer nicht da. Dann sagt sie, wo bist du denn da hin? In welcher Erreignung? Da waren die Milch. Und dann hatte ich gesagt, nee, es gibt drei Milchabteilungen. Die Kühlte, Langhaltbare und nicht Milchabteilung. Ja, aber es steht ja in verschiedenen Orten und verschieden aufgeteilt. Das hat irgendeine Logik, die halt ein normaler Denken der Menschen in Anführungsstrichen, weil das andere sind ja Konsumenten, also der, der regelmäßig einkaufen geht, der ist, für den ist das richtig. Für den, der aber jetzt denkt, jemand, der nur Milch trinken will, gehört Milch zu Milch und dann kann ich mich immer noch entscheiden, welche Art und so. Aber der Markt splittet sich auf in Konsumfelder und da wird das gangbar gemacht. Und in dieser Gangbar, weil wir haben ja vorhin über die Läden, über die Buchläden und die Abteilungen, das ist alles, wir sind in einer Welt, in der ein massives Überangebot auf bestimmten Wegen sich zum Kunden durchmogelt. Und das muss, also theoretisch kannst du auch, was weiß ich, den Hennessy-Schnaps bei der Milch verkaufen, wenn er da am besten laufen würde, würde der dann da stehen. So ist die Struktur in unserer Gesellschaft. Also die Wege werden gangbar gemacht, wie es nur geht. So ist es ja auch so, ich weiß nicht, welche Produkte das waren. Ich habe mal irgendwo so ein Top Ten der Amazon, wo die Leute alle überhaupt nicht glauben, was Amazon am allermeisten verkauft. Weil jeder denkt dann, das wären so Alltagsartikel, so Dinge. Nein, das sind ganz, ganz groteske Dinge, die ich glaube jetzt, mir fällt kein Beispiel ein, aber wie ich das gelesen habe, ja und da war hinten dran die Erklärung. Das sind halt Dinge, wo du dich vor allen Leuten wieder schämst, die du nicht aus dem Regal ziehen willst. Das stellt man halt heute lieber online. Also muss jetzt nicht Erotik oder was weiß ich sein, aber Hygieneartikel bestimmt oder sowas. Man geht halt auf Windelhöschen, wenn ich nicht mehr, das kaufe ich halt eben nicht freiwillig an der Kasse und lege meine Zähnebox, Pampers für Erwachsene hin. Und sowas geht halt bei Amazon. Und deshalb meine ich, wir sind in einer Welt, in der sich ganz viel in bestimmten Kanälen sammelt und dann wieder um ganz viele Leute buhlt. Und in dieser Situation, da kommen wir da draus. Der Comicmarkt, der Buchmarkt allgemein, der Konsummarkt und da kommen diese modernen Medien, das gehen wir mal jetzt rüber, zu dem, was ja an Konkurrenz einfach, es ist ja alles dazugekommen, es ist ja nichts eingestellt worden. Ich kann heute ein Computerspiel machen, ich kann, also ein Offlinespiel machen, ein klassisches, ich kann ein Onlinespiel machen, ich kann mit dem Smartphone, ich kann, was weiß ich, ich kann twittern, gibt es nicht mehr, aber ich kann skypen von oben bis hinten, ich kann mit Leuten reden, ich kann Facebook, ich kann alles, was ich tue und ich kann ein Buch lesen und mit Bildern, ohne Bilder, groß, klein, dick und dünn, soft cover, hard cover, willst ja nachher nochmal aufgreifen, das Thema, kann ich doch alles kaufen. Aber was ist denn weg? Was ist denn verschwunden vom Markt? Nichts. Ich kann mir heute 10.000 Produkte heute noch aussuchen und bestellen, für die Unterhaltung. Aber wenn man jetzt einfach nur Comic in dem Sinne fördern möchte, dass es sichtbarer wird, müsste man halt gucken, wie man clever das Geld einsetzt, damit es sichtbarer wird, damit mehr Leute die Chance haben, Comics zu lesen und nicht mehr zu den 95% gehören, die Comics nicht lesen. Ich weiß nicht, hattest du 95% gesagt, das ist irgendeine Zahl, also ich habe keine Fakten da jetzt, wie viel Prozent der Deutschen nicht Comics lesen, aber ich habe mal eine Ausbildung als Buchhändler gemacht und da die Zahl, das liegt jetzt natürlich Jahrzehnte zurück, die war, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute, es ging nicht um Comics, sondern nur um Bücher oder ums Lesen, dazu gehörten auch Zeitschriften, dazu gehört auch das Goldene Blatt, weiß nicht, ob es das heute noch gibt und 80% der Bevölkerung lesen sowas gar nicht. Das heißt, wenn du mal über die Zeilen Frankfurt gehst, das ist gesehen, die lesen das alle nicht und damit ist nicht, also die lesen nicht mal so eine komische Unterhaltungszeitschrift und das ist Jahrzehnte her, heute werden noch weniger Leute lesen, weiß ich nicht, aber könnte ich mir fast so vorstellen. Aber da kommt die Frage, fördert man etwas, also jetzt einfach mal die Zahl 80%, fördert man etwas, was 80% der Menschen nicht konsumieren wollen? Das ist eine sehr gute Frage, weil es ja immer um die Frage Wirtschaftsförderung oder Kulturförderung geht in diesem konkreten Beispiel dann auch, was willst du fördern, also eben Absätze oder einfach wirklich kulturelle Bildung meinetwegen, das sind ja genau die Punkte, die dann auch zu besprechen sind, darauf habe ich natürlich jetzt auch keine absolute Antwort, das wäre ja auch ein bisschen vermessen, aber Comic hat ja einfach auch zentrale Probleme, für die sich alle klar sind, zum einen ist der Name Comic in vielen Fällen, gerade in konservativen Kreisen mit Komödie und Lustig verbunden, dann mit dem Kinderaspekt, ist ja Kindermedium, und das sind ja sehr zentrale Probleme, die man mit, ich will jetzt nicht gleich von der Aufklärungskampagne sprechen, aber sicherlich mit verschiedenen Aktionen könnte man da sicherlich Vorbehalte auflösen und damit unter Umständen eben auch Absatzzahlen mindestens mal verdoppeln, bin ich mir sicher. Das sind so Ideen und so Sachen, wo ich mir denke, warum, warum gibt es da nichts, warum wird da nicht gearbeitet. Nach einer Image-Kampagne, das finde ich auch gut. Ich habe letztens zufällig eine Folge vom Podcast Optisch definiert gehört und da hat die eine sich an dem Begriff Graphic Novel aufgehängt, weil man es ja machen kann, und der andere hat dann gesagt, naja, du kannst dich auch an dem Wort Comic aufhängen, weil genau das, was du jetzt gerade sagst, hinter dem C-O-M-I-C-Wort kann man auch ganz andere Sachen mit verknüpfen, also man muss sich jetzt nicht streiten, ob was Comic oder Graphic Novel heißt, man kann sich entweder über alles streiten oder über nichts. Image-Kampagne wäre, dass man den Leuten verrät, dass hinter dem Wort Comic nicht nur Lesestoff für Debile und Teufelzeug steht. Das wäre ja schön und das haben ja, glaube ich, ein paar mit dem Begriff Graphic Novel versucht zu ändern, aber das war ja nur ein anderer Begriff eingesetzt. Wenn die Leute dahinter kommen, dass das auch Comic sind, dann ist es schon wieder für Debile Teufelzeug und was habe ich denn gesagt, noch Schlimmeres. Das Problem haben wir ja schon seit wie vielen Jahren, das haben wir schon in der Anfänge, das Comic-Stammtich, das habe ich schon immer gesagt, ich habe versucht, ich sage jetzt mal vorsichtig, gleichaltrig, in der Schule ging es noch, weil da eben die alternativen Mädchen noch nicht so da waren, da waren Fernseher zwei, drei Programme, die wir hatten und so weiter und es hat sich aber alles verändert und ich habe wie viele Leute, die gucken sich Western im Kino an, dann habe ich gesagt, Mensch, es gibt so viele gute Western-Comics, ja, aber dann muss ich ja blättern, dann muss ich ja lesen und es gibt halt auch sehr viele, für die das Comic-Lesen an sich schon schwierig ist, die einfach diesen Zwischenraum zwischen den zwei Panels selbst nicht füllen können oder nicht füllen wollen. Die sagen, okay, Cartoons ist in Ordnung, da habe ich ein Bild, ein bisschen Text, das kriege ich noch hin, aber wenn ich der ganzen Geschichte folgen soll, da fühlen sich manche überfattet oder es interessiert sich einfach nicht, ich lasse mir lieber was hier vorsprechen, so wie eben viele Leute, lieber Hörbücher als normale Bücher. Spricht aber auch dafür, dass wir eine Image-Kampagne brauchen, nicht nur für den Begriff des Wort Comics, sondern dass die cool sind. Ja, eigentlich müssen wir Lehrgänge machen, wie lese ich ein Comic? Wir fangen einfach früh an, wir machen das schon bei der Leseförderung, das sind ja aktuelle Bestrebungen, wir machen das an den Schulen, natürlich ist Comic ein Teil der Leseförderung, wo du halt lesen lernst. Ich mache Lesungen von Comics am Kindergarten meiner Kids übrigens mal. Ich mache das tatsächlich. Das finde ich cool. Digital natürlich, klar ist es einfacher mit Bima, aber ich mache das selbstverständlich. Aber ich glaube, das wäre so ein Ansatz. Also ich meine ganz ehrlich, die Generation, von der du jetzt gesprochen hast, die ist verloren, die kriegen wir auch nicht mehr mit ins Boot. Aber ich rede tatsächlich von denen, die halt langfristig den Markt irgendwie auch mal übernehmen müssen, indem sie die Dinger kaufen. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass an Institutionen wie Schulen, wo die Kids auch nicht weg können, weil es eine schulische Veranstaltung ist, dass sie da unter Umständen ganz gut aufgehoben werden. Die Tür wird zugeschlossen. Die, die noch nicht geboren sind, haben doch eine Chance. Ja, so in der Art. Aber es gibt ja in vielen anderen Ländern auch tatsächlich Comics, die im Schulunterricht benutzt werden. Da gibt es in Deutschland auch in einigen. Es gibt zum Beispiel unheimlich, in Holland kriege ich das jetzt gerade wieder mit, da gibt es zu fast jeder kleinen Stadt gibt es einen Comic über die Geschichte der Stadt. Ja, weil die halt viele Zeichner haben und die dann halt auch ganz meistens klare Linie sind. Deutschland auch mit zwei, drei Städten. Ein paar Sachen gibt es das auch bei uns und das wird dann teilweise auch dann im Unterricht genommen für den Geschichtsunterricht oder so oder für den kulturellen. Bei Splitter, die Tage erschienen, der Heine-Comic, wenn das mal nicht der optimale Comic ist, um ihn auch in einer schulischen Veranstaltung zu benutzen, was denn dann? Ja, es gibt ja praktisch jetzt zum Beispiel, was war es, wäre es nichts Neues, haben wir ja auch eine Schulausgabe zum Beispiel extra gemacht und sowas. Das sind Förderungen, die ich jetzt zum Beispiel auch wieder gut finde. Ja, das ist natürlich wieder künstlerorientiert, weil der Peter Eickmeier halt im Prinzip genau das ja macht, der nimmt sich so ein Thema alle zwei, drei Jahre vor und der hat bei uns einfach eine Carte Blanche, der darf im Prinzip alles, weil wir wissen, er greift das auf, er will dann im Prinzip eben auch in den Dings, also vom kulturellen und vom Schulbetrieb, er will im Prinzip in die Bildung halt auch mit dem, was er macht, weil er ja auch deutsche Themen hat, also weitläufig gesehen deutsche Themen hat und das ist auch das, was eine Graphic Novel halt ausmacht und die Förderung ist ja auch da, also das, wie gesagt, wir mussten bei der einen Ausgabe halt dann einfach die Schulbelange, also es dürfte zum Beispiel keine Schulbücher ohne Pagina, ohne Seitenzahl sein, deshalb, daran kann man so entscheiden, also wenn einer die Ausgabe hat, kein Fehler, sondern die normale Ausgabe hat Seitenzahl und die Schulaufsgabe hat eine Seitenzahl, das ist die Vorschrift bei denen, dann dürfen die das nicht einkaufen, also dann ist es dann wieder so dieses deutsche Plan wirtschaftliche, das ist auch alles föderalistisch gesehen ein Problem, das ist ja schulisch das ist ja immer Ländersache zum Beispiel und jetzt gar nicht so Bundessache, da muss man ja auch sicherlich Dinge beachten. Ja, du kommst nicht automatisch rein, aber es ging ja nur darum, dass die damals auch gesagt, wir würden es gerne bestellen, aber wir können es gar nicht bestellen, wegen dieser Seitenzahl, das ist so, das sind solche Kleinigkeiten, die dann reinwirken, aber die Förderung macht man auch, logischerweise geht man da ran und macht diese Ausgabe halt speziell, aber wie gesagt, das ist ja eine punktuelle Förderung, aber wenn man jetzt wiederum, also ich will jetzt mal so, will nicht, aber ich tue es Wasser in den Wein schütten, vor 50 Jahren hat man darüber diskutiert, dass halt die Anerkennung vom Comic nicht ist und jetzt waren wir ja mal ganz danklich bei diesen 80%, die also nie lesen oder sowas, das ist ja dazugekommen, wir haben ja diese Probleme schon gehabt vor 50 Jahren und da gab es das ganze Internet noch nicht und das ganze Online-Kommunizieren und die Welt geht halt in Richtung lebendige Bilder, lebendige Sprache und Echtzeit und all diese Sachen hat das Comic nicht, wird das Comic nie haben, weil so ein Comic ist halt kein, also es gab ja mal, wie es zur Digitalisierung kam vor 15 Jahren, gab es ja die animierten Comics, diese kleinen Versuch, alle haben dran geglaubt, jeder Verlag sollte unbedingt machen, jeder hat das erzählt, dass die Zukunft, es wird kein Comic mehr verkaufen können, wenn die Bilder leben, so und was ist rausgeworden, nichts, gar nichts, weil die Existenz des Comics ist einfach, dass das liegt zwischen zwei Welten und das ist auch die ideale Positionierung, wenn wir als Comic nachher nochmal an sich in der Struktur reden oder was weiß ich, das Comic an sich hat diese Genialität ja quasi zwischen zwei Welten sich zu positionieren und damit hat es etwas, was die anderen beiden Welten nicht haben, also die rein literarische Erzählung, wo ich im Prinzip einfach auf Text gehe und den Film, das Comic ist also praktisch ein aus beiden Welten knabberer, hat sich dabei seine Position damit ja auch, wie gesagt, im positiven Sinne dahin fixiert und da sollte man es auch nicht davon entfernen, weil das alles andere sind eben Anime, sind Filmchen, sind Tricks, sind Clips, das ist alles keine Comic, das hat nichts mit Comic zu tun und aber trotzdem kann man nicht ignorieren, dass diese 80% da sind und diese 80%, wie soll man die zurückholen? Ich, jetzt nur mehr bezogen auf mich, auf das Fördern, ich will die 20% fördern und dann mache ich einfach gute Comics. Das heißt, für mich ist die größte Förderung, ein gutes Angebot zu machen, ein gutes Comic, das in sich vom Künstler aus gesehen, vom Verlag aus gesehen und von der in Anführungszeichen Präsentationsform zu sehen, also hauptsächlich, wie gesagt, bei uns jetzt der Buchhandel, gute Präsentation und da hast du auf der anderen Seite einen glücklichen Leser und der wird in jedem Fall Botschafter für sich und für die Sache, für das, was er gelesen hat. Der wird das Comic weiter empfehlen, der wird das weiter kaufen für sich, er wird das vielleicht mal später mal, wenn er seinen Kindern später mal vielleicht, ich habe massenhaft, massenhaft das Feedback, dass die Leute sagen, ich habe damals und jetzt kann ich das mit meinen Kindern wieder machen. Also das, was jemand mal im Prinzip hat, einfach zu repetieren, zu sagen tut, das kann ich nochmal leben. Das höre ich heute auch. Ja, und das ist etwas, das muss ich fördern. Diese 80 Prozent, die, wie gesagt, noch nicht mal eine Tageszeitung oder irgendwas aufklappen, die werde ich vom Comic, egal mit welcher Förderung, nicht erreicht. Ich versuche es trotzdem immer wieder, aber halt im Einzelnen, das heißt, eine Person mir gegenüber, die ich lesen will und ich versuche genau das zu finden, was ihnen, also eine individuelle Imagekampagne, was genau ihnen flasht. Also ich habe mal eine Arbeitskollegin von meiner Frau, die weiß, was Kinderschundliteratur für Debile ist, da muss man ihr nichts erklären, die findet Fantasy gut und meine Frau hat ja erzählt, ja, mein Mann liest auch Fantasy, ja, was denn? Und dann hat sie gesagt, Bone, also die Comic Bone, das hat sie aber nicht. Und dann war sie aber irgendwie interessiert, weil, ohne dass sie mich kennt, hat sie irgendwie gedacht, ach, jemand, der Fantasy kennt, der muss cool sein, kann es, ich weiß nicht, ob sie gefragt hat oder ob sie es suggeriert hat, aber ausleihen, ich habe extra ein Bone-Ausleih-Exemplar, das kann mir bei mir jeder gerne ausleihen. Du hast ja eine Runderte von dem einzelnen Band da rum. Ich habe mehr als ein Bone-Exemplar zu Hause, aber es geht jetzt in diesem Fall gar nicht um Bone, es war nur Bone und sie hat es gelesen, sie wollte danach weiterlesen, es hat neun Bände, sie hat alle neun Bände gelesen und danach hat sie erzählt, sie weiß immer noch weiterhin, genau, da lässt sich auch nicht beüren, sie ist ja diejenige, die einen Kopf hat, wo Wissen drin ist und da lässt sie sich auch nichts vormachen, aber es gibt eine Ausnahme. Neben, dass Comics für debile Kinder ein Teufelzeug ist, gibt es eine Ausnahme, wurde ihr empfohlen, sehr gut, es gibt einen Comic, Bone, der war genau richtig gut, der war genau richtig gut, der hat ihr richtig gut gefallen. Jetzt ist die Frage, traue ich mich ihr zu sagen, das ist einfach nur ein Comic von unendlich vielen richtig coolen Comics, guck mal den Splitter Verlag an, wenn du Fantasy magst oder lasse ich es bei dieser positiven Erfahrung bei dieser Menschin einfach sein. Ja, du musstest tausendmal und zehntausendmal fördern, immer wieder fördern. Also ich für mich persönlich frage mich halt auch, ist der Leser, den ich fördern muss, der richtige Leser für mich? Weil ich meine, ich werde ja sowieso, jetzt bezogen auf das normale Verlagshaus, auf das Geschäft, auch auf den Künstler. Ich habe lieber, also wenn jetzt ein normaler Comic-Autor zehntausend Leser in Deutschland hat, ist er ja sehr erfolgreich. Wenn ich aber die zehntausend sich automatisch für mich gefunden habe, anhand des Inhalts, dann habe ich ja das, was ich will. Dann brauche ich ja nicht die anderen irgendwie gefördert zu erreichen, weil diese Förderung hat einfach, also das ist ja, was du jetzt gesagt hast, ist ja eine Empfehlung, ist ja eine Förderung, ist ja was anderes, in dem Sinne, was wir drüber reden. Fördern heißt ja praktisch, ich muss was transparent machen, ich muss es plakativ machen, ich muss es hinstellen, ich muss es finanziell unterstützen. Und dann hat gefälligst irgendwie da draußen die Gesellschaft drauf zu reagieren. Und das ist das, was ich halt falsch finde. Die Gesellschaft soll nicht auf irgendwas reagieren, außer meiner Meinung nach auf die Inhalte. Und die Inhalte, die kann man nicht fördern. Das ist meine Meinung bei der Geschichte. Also die Qualität eines Comics, erzählerisch, zeichnerisch, die Qualität, die fördert sich selbst. Das ist mein Ansatz. Und ich muss als Verlag, natürlich wie gesagt, wir fördern den Künstler, weil wir ihn ja bringen, weil wir ja auch wirklich 90 Prozent der deutschen Künstler bringen uns ja keinen finanziellen Vorteil ein, sondern mehr Arbeit und in der Regel haben wir mehr Geld, was wir anfassen. Das ist es nicht, sondern die Förderung ist, dass das gute Comic da ist und dann muss das da draußen funktionieren. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, vielleicht ist da eine Idee fördern. In irgendeiner Weise irgendwas, irgendeine Image-Kampagne. Aber das ist ja die Frage, du kannst über sowas individuell reden. Du kannst sagen, einen Titel, den mag ich, den fördere ich. Aber für alles, ich fördere ja, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt fünf Titel, die fördere ich, was mache ich mit den anderen fünf? Die fördere ich jetzt erst mal fünf Jahre nicht, bis die so schlecht verkaufen, dass ich die fördern muss, damit wieder die anderen die schlechteren werden. Verstehst du? Also ich tausche nichts. Also ich mache so ein links-rechts-Händchenspiel und habe am Schluss 10.000 Leser, die alle gefördert wurden. Also auch als Leser wirst du ja quasi dann mit gefördert. Und dann hast du einen geförderten Markt. Solange der Markt aber eben begrenzt ist, wenn du mir das 10.000 gesagt hast, ja, also sobald du weißt, okay, es gibt sowieso maximal 10.000 Menschen, die das lesen werden, solange stimmt die Argumentation, die du da hast. Sobald du aber sagst, okay, du könntest potenziell aber auch dreimal so viele Leute erreichen, einfach mal, weil die keine Angst mehr vor dem Wort Comic haben plötzlich, dann hättest du ja auch sehr viel mehr Interessen, mehr einfaches Beispiel. Durch die zuletzt bei vielen Verlagen erschienenen Inhalte, die jetzt auch in diese trans, also queeren Richtung gehen, hast du ja nicht etwa dem alten Publikum Inhalte weggenommen, nein, du hast einem neuen Publikum plötzlich auch Inhalte geboten als Comic. Das bedeutet also, dass du, auch wenn du alteingesessen bist und ein konservatives Weltbild hast, du trotzdem weiterhin deine Comics, IPs und Werke kaufen und lesen kannst und du kriegst nicht eins weniger als vorher. Du kannst jetzt aber zusätzlich noch eben auch Inhalte kaufen, oder andersrum, du kannst jetzt zusätzlich auch Comics kaufen zu Inhalten, für die du dich als zum Beispiel queerer Person auch interessierst. Ich will sagen, man kann die Auswahl deutlich diversifizieren, das haben wir jetzt zum Beispiel auch heute schon zum Thema gehabt mit Frauen machen Erotik-Comics. Du hast generell einfach, wie ich denke, noch viele Möglichkeiten, den Endmarkt, so ein Begriff, der ist immer relativ bei einer kulturellen Geschichte, aber den Endmarkt zu erweitern und damit dem Grunde nach mehr Menschen zu erreichen. Das ist so meine Idee, die ich habe, wenn ich mich frage, okay, wollen wir nicht einfach viel mehr Leute erreichen? Wäre das nicht erstmal so der erste Schritt? Das wäre doch das, was ich gesagt habe, das wäre ja über den Inhalt. Du holst doch im Prinzip, wenn du sagst, du redest jetzt von einer queeren Community, dann würdest du mit dir das machen, dann krank das Thema auf. Splitter würde sowas veröffentlichen, so etwas praktisch, muss ja irgendwie passen für etwas jetzt in unserer Programmschiene, aber das würden wir ja nicht ausschließen, das würden wir machen. Wenn wir damit eine neue Leserschaft generieren, Splitter ist ja deswegen gewachsen, also genau genommen, unser Wachstum ist ja nicht, dass wir heute doppelt so viel verkaufen wie vor zehn Jahren, sondern wir haben einfach zehnmal so viele Kunden, weil wir zehnmal so viele Themen haben. Wir sind in die Breite gegangen und das gibt diesen Komplettsammler, da haben wir ja schon wahrscheinlich vor fünf Jahren drüber geredet, den gibt es schon lange nicht mehr. Und wir hatten ja auch einen Komplettsammler, der uns damals, unser Kunden Nummer eins, der dann alles gekauft hat, alles gekauft und irgendwann mal nach fünf Jahren hat gesagt, jetzt ist aber Schluss. Ich habe ja ein Buch gebracht, das ich nicht haben will und damit ist der Band gebrochen und damit kann man jetzt kalkulieren. Man kann sich einfach nur letztendlich darauf verlassen, dass man für das, was man bietet, auf der anderen Seite irgendwo das richtige Spiegelbild findet. Es muss dieses Geben nehmen, ist halt einfach etwas, gerade weil wir auch sehr viele Serien haben. Das funktioniert ja auch nur, wenn ich sowas erfolgreich über Jahre mache, weil wir ja auf der anderen Seite auch jetzt ganz speziell versplittert, dieses Serien nicht abbrechen und dieses Versprechen. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir uns ja selbst reinlegen, indem wir irgendwas starten und nach drei, vier, fünf Jahren Erfolg nur noch schlecht verkaufen. Nein, wir müssen im Prinzip schauen, dass wir uns sehr darauf konzentrieren, dass dieses Band, Leser und Verlag und Künstler, lange erhalten bleibt. Da können wir doch jetzt gerade mal, das ist ja eigentlich der richtige Punkt, um mal rüber auf Phoenix, auf den Phoenix Club zu kommen, weil es war ja auch eigentlich ursprünglich Ideen von Komplettsammlern, die dann gesagt haben, ja, wir wollen unsere Albensammlung komplett kriegen. Und dann war ja so, als Mitglied hat es ja dann die Möglichkeit, alle Serien dann auch selber zu beziehen. Ich selber bin nie Mitglied geworden, weil ich gleich gesagt habe, da kommt mir zu viel, was ich gar nicht selber will. Sehr zu viele Serien, wo ich sage, die habe ich damals nicht gekauft, die will ich auch jetzt nicht kaufen. Ich habe gesagt, ich kaufe mir dann die Alben von den Serien, die mich interessiert haben, die kaufe ich mir dann praktisch zu, als normaler Kunde, ohne in dem Verein zu sein. Aber wie hat sich das entwickelt bei Phoenix, weil du bist ja da auch irgendwie mit drin, ja? Ja, bin auch noch, auch der Dirk war sogar damals dabei, wir sind ja Mitgründer von Phoenix, also wir haben die Idee mit sofort mitgetragen und sind ja auch diese Vereinsgründer, weil es ist ja ein Verein, der hinter dem Verlag steht. Und das ist ja genau das. Also da wurden ja die Bände, das Band oft genug zerrissen. Der Phoenix ist deswegen entstanden, weil im Prinzip auf der einen Seite enttäuschte Leser waren, auf der anderen Seite fünf, sechs, sieben, acht Verlagshäuser, die einfach ihre Leser irgendwann mal enttäuscht haben. Immer wieder. Manche immer wieder. Und daraus ist entstanden. Und diese Bande ist ja jetzt so fest und so gut unterhalb dieses Phoenix-Fans, dass es knapp 200 Mitglieder hat. Ich weiß gar nicht mal, ich weiß nicht, wie groß mal so ein Wäscher-Club war, wie groß ist der E-Kompf. Ich glaube, so viele Mitglieder haben die gar nicht. Ich glaube, Phoenix ist mit der größte deutsche Comic-Verein. Also mit 200 Festzahlung der Mitglieder ist das ein großes Vereinswesen und kann damit ja mehr oder weniger eine monatliche ein bis zwei Bücherproduktion finanzieren. Weil beim Phoenix jetzt nicht das wirtschaftliche nicht ganz unwichtig ist, aber allein die Mitgliedschaft in dem Verein ja quasi dazu bringt, dass es, und das muss man ja sehen, was sind wir bei 300 Büchern oder sowas um den Träger. Davon sind ja über 200, 250 wegen Misserfolg abgebrochene Bücher. Das ist ja das Gegenkonzept zu Erfolgskonzept als Verlager. Also das ist quasi das Antisplitter, wenn man es als Formulierung nimmt. Man greift genau dahin, wo es nicht mehr lief, aus welchem Grund auch immer. Und macht das mit dem Sinn auch zu einer Erfolgsstory. In der kleineren Auflage dann wahrscheinlich auch, ne? Die Auflage ist überwiegend kleiner, aber sie ist nicht so klein, dass man es nicht an der Seite machen könnte. Hier steht sogar drin, ich habe jetzt gerade das Bull & Bilf in der Hand, das ist ein Softcover und da steht 1500 Exemplare ist die erste Auflage gewesen, das ist schon ordentlich. Das ist schon eine sehr bekannte Serie halt. Die Dings, die Seeschlachten haben eine Startauflage von 5000 und sind teilweise ja auch nachgedruckt, also sogar 6, 7, 8000. Also das heißt, tatsächlich hat auch der Phoenix Erfolgtitel drin, wie jeder andere Verlag irgendwie auch. Das ist jetzt keine Serie, die irgendeine andere Fahrt setzt. Das war keine Absicht. Das war eine neue Serie, die auch mit Bedacht ausgewählt wurde, sagt man. Um Geld reinzutzen. Und da ist tatsächlich, mit dem Thema kann man tatsächlich viel machen. Jetzt bin ich gespannt, die Nachfolge sehr mit den Panzerschlachten, ob das auch läuft. Da haben wir nur so ein paar alte Landser-Fans. Langsam mal reingestartet bis jetzt und das wird wahrscheinlich nicht dasselbe sein. Die Seeschlachten kann man romantisieren. Das sind Segelschiffchen, das ist ein paar nicht Jahre her, aber Panzer sind halt Kriegsmaschinen der letzten 100 Jahre und sind so martialisch, dass ich jetzt das halbe Kolfer-Potenzial sehe. Also die einen, die Kriegsfans. Ja, es ist nicht romantisch. So ein Segelschiffchen, das sehen viele halt, ich ja auch persönlich. Ich sehe ein Segelschiff mit Kanonen an Bord, das sehe ich nicht als Kriegsschiff, das sehe ich für mich als Abenteuer. Deshalb wird das nicht dasselbe sein. Aber diese Phoenix-Idee an sich ist ja so, man hat im Prinzip, also das, was ich vorhin gesagt habe, auch im Endeffekt, man hat einfach sein Töpfchen da, da wirft man was rein und andere nimmt was raus und wenn das Gemisch stimmt, dann funktioniert auch so ein Verlag. Das ist also nicht in der Krise wirklich. Er hat noch nie so viele Mitglieder gehabt wie aktuell. Und Phoenix ist ja auch in Erlangen und so immer präsent, die haben da mal einen Stand und machen was und so. Hat immer einen Stand in Erlangen und ist auch, also die Mitglieder haben tatsächlich mittlerweile sogar, also zwei Treffen sind hier bei mir in der Gegend, wegen mir, dass sie nicht so weit weg sind, zwei Jahrestreffen, ganz normal als Verein und jetzt haben mittlerweile sich sogar Gruppen gemacht, es gibt quasi eine Nord- und eine Südgruppe, die sich immer wieder treffen, dann gibt es jetzt die Harzer Gruppe, was weiß ich, die im Harz da irgendwo in Häuslern sich mieten mit Familie und Leuten und was weiß ich, die zwischendrin auch, einfach so fünf, sechs Mal im Jahr trifft man sich, aber das Besondere ist ja, wie gesagt, dass es einfach gar nicht abwärts geht. Man hat früher schon gedacht, die wichtigsten Serien müssen erfüllt werden und wenn das gelaufen ist, dann geht es halt schnell mal irgendwann mal runter, weil dann einfach das, wo das am meisten brennt, ist ja abgearbeitet. Nein, tatsächlich, wie gesagt, hat der Verein heute mehr Mitglieder als hier zuvor. Sehr gut. Kann auch jeder Hörer gern Mitglied werden. www.phoenix-comics.com Vermutlich. Aber weil wir es gerade auch kurz mit einer Veranstaltung hatten, wie wichtig sind eigentlich Veranstaltungen für den Splitter Verlag? Ich sehe, dass ihr da immer einen Riesenstand habt, sei es jetzt konkret Leipzig, auch der Buchmesse, als Kicker in die Saison, dann natürlich Erlang, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich euch in München gesehen habe, das wüsste ich jetzt nicht, aber ihr nehmt ja auch übrigens in anderen Verlagen nur noch wirklich nicht jede Veranstaltung mit, ganz im Gegenteil, aber wenn ihr auftaucht, dann richtig. Erzähl doch mal, welche Rolle spielt eigentlich, spielen diese Veranstaltungen für den Splitter Verlag? Ist das so eine Selbstverständlichkeit? Ist das was, was man macht, weil da die echten Hardcore-Fans sind oder sind vielleicht auch gerade da die Abverkäufe so enorm, dass man da gewesen sein muss als Verlag? Welche Rolle spielen für euch Veranstaltungen dieser Art? Also die rein wirtschaftlichen Gründe sind eher die geringsten, wenn man das so nimmt. Also allein so Events an sich sind in der Regel so teuer, dass man das alles, was man da reingibt, nicht rausholen kann. Das hat man vielleicht umsatzmäßig, aber Umsatz ist nicht gewinnen. Also das heißt, zumal man ja auch, ein ganz spezielles Beispiel ist alle zwei Jahre Erlang, wenn man da an irgendeinen Fan 10, 20 Bücher verkauft, die ja alle das Ganze ein, zwei Jahr nett gekauft hat, um sie dort dann signiert zu kaufen, dann hat man ja ein oder zwei Jahre lang eigentlich Material im Lager liegen und muss dann noch sogar noch einen Künstler bezahlen, der die Zeichnungen reinmacht. Das heißt, also man hat damit sogar am selben Klientel weniger verdient. Deswegen ist es auch so, unsere Auftritte waren ja früher im Prinzip Frankfurt und Erlangen und dann haben wir das irgendwann mal auf Leipzig rüber geswitcht, weil in Frankfurt auch die Klientel immer mehr die Bekannte war, die auch eine höhere Deckung mit Erlangen hatte und in Leipzig haben wir wirklich eine neue Klientel. Damit haben wir eben auch genau das ist ja das mit Fördern, neue Märkte, also wir haben einfach unseren Bekanntheitsgrad in Deutschland und vor allem eben in Ostdeutschland deutlich gesteigert. Das macht viel Sinn, weil das ja wieder auch Brachland ist, weil dann Leute sagen, oh, die stehen da vor dem Stand und sagen, das hätte ich mir ja nie gedacht, dass es das überhaupt gibt. Aber wir sind schon vor Leipzig immer auch so aufgetreten, das heißt also, das hat mit Leipzig nichts zu tun. Es gibt diesen Leipzig-Effekt, den wir wollten, den wir auch erreicht haben, der auch rein umsatztechnisch in der Messe dort relativ groß ist, weil die Leute dort wirklich hingehen mit dem Gedanken, also ich gehe nicht auf eine Buchmesse, sondern ich gehe auf eine Comicmesse, weil das Besondere in Halle 1 und 2, oder 1 und 3 glaube ich, heißt die zweite dahinter, dieses Zentrum war ja früher das einzige, was verkaufen durfte, so ähnlich wie das bei den Comics auch in Frankfurt war eine Zeit lang. Jetzt dürfen die anderen Hallen auch seit letztem Jahr verkaufen, aber nur an Verkaufständen. Das ist alles ein bisschen komisch organisiert, aber bei uns sind die Leute, sag ich mal, einfach mit der Geldbörse reingekommen und wollten das erleben. Und da gerade auch Splitter mit seinem Programm dort ja der Exot ist, weil das ja doch eine ganz deutlich manga-orientierte Messe ist, hat man mehr oder weniger, jeder, der also was im alten Bereich machen will, kann eigentlich nur zu uns kommen oder zu den klassischen Händlern. Das sind ja auch von sich die ganz normalen, die Sammlerecke zum Beispiel ist immer da, die dann neu und alt und gebraucht waren, kreuz und quer. Aber als Verlag sind wir ja schon fast Outstanding, weil die anderen machen etwa ganz kleine Repräsentationen oder sind gar nicht da. Also jetzt bezogen auf das normale Manga-Programm, weil wenn jetzt Karlsson oder sowas ist, haben die da praktisch nur noch den Manga-Auftritt. Das andere Spiel, das ist mal eine Dings, eine Regalreihe, die die mal aus dem allgemeinen Albenprogramm bringen. Das hat uns erweitert, das hat uns also in jedem Fall auch nur die Klientel, die man nach der Messe mitnimmt. Das spürt man schon, dass man also irgendwo das Geschäft dann nachmacht. Das macht Sinn. Ich habe vorhin ja von L erzählt, die Serie L, die wir dort auf der Messe, das war unser Bestseller letztes Jahr, die wir erst gar nicht im Buchhandel irgendwie erfolgreich hatten, aber auf der Messe war es unser bester Titel. Und ob das dazu beiträgt, Mund-zu-Mund-Werbung und sowas, tatsächlich ist der Titel danach angesprochen. Jetzt sind wir in allen Dreien, an Band 1, 2, 3 in der Nachauflage. Das hat also so schnell funktioniert, dass wir wollten das, wir haben es auch so präsentiert. Also wir sind auch dazu übergegangen, nicht mehr über die ganze Messe, wir bringen längst nicht mehr alles mit, sondern ganz am Anfang früher haben wir gesagt, spielt das so und so groß, da habt ihr alles. Mittlerweile machen wir einfach nur die Top Ten oder sowas in dem Sinn und machen Points. Also das heißt, das wäre in dem Fall zum Beispiel, die Ninja Turtles sind jetzt aktuell unser Thema, Dune, weil er ja als Film läuft, dann das, das war jetzt letztes Jahr, das passt leider vom Termin nicht, aber zum Herbst hin haben wir jetzt ja wieder Treehouse, die Simpsons, das sind so populäre Titel und dann ist das, was wir neu einführen wollen, war zum Beispiel die Serie L und die präsentieren wir dann auch anders da. Das heißt, man kann immer selbst ein bisschen bestimmen, wie etwas geht. Also wenn man da zwei Bücher versteckt in die Ecke stellt, dann hat man die nach einer Woche im Messe, stehen die immer noch die beiden da rum. Wenn man die aber präsentiert in so einem Bundle von 50 Büchern, das ist Psychologie irgendwo, bei den Leuten wirkt das, die sagen, oh das muss gehen, das nehme ich mit, weil das ist so dieser Dingsstand, ganz normal, Thalia gehe ich rein, habe vorne am Eingang diesen Tisch mit den Top-Ten-Titeln oder sowas, das geht einfach dadurch besser. Das machen wir, aber nicht mit jedem Titel, sondern mit punktuell und dann haben wir immer die Hoffnung, dass das die richtigen Titel sind, die auch später im allgemeinen Markt besser funktionieren würden. Ja, du hast ja über den Stand allgemein, die Größe, das haben wir schon immer gemacht, aber die Größe hat was mit dem Thema auch Autoren, weil wir immer viele Künstler da, weil wir das, weil auch bei uns immer durchweg signiert wird, das haben wir schon immer in Tradition, das geht morgens los und hört bis abends nie auf, die ganze Mannschaft, die ganze Organisation geht darum, es ist ein Event und da wir ja nur ein oder zweimal im Jahr mehr oder weniger so auftauchen, geben wir da quasi, das ist eine Party, eine große Party in dem Sinn am Stand, also bei uns kriegt man auch immer was, brauchen wir ja nur zu fragen, was zu trinken, was zu essen, also wir bieten es jetzt nicht an, sonst hätten wir eine Schlange von 50 Leuten da stehen, aber jeder Gast ist willkommen, jedes Gespräch ist willkommen, die Künstler freuen sich bei uns auch immer, weil die sagen, bei euch ist eigentlich immer was los und das hat die Tradition, weil wir in die Community halt reingehören, weil wir ja Autor und Künstler sind und das ja eigentlich für uns und unsere Klientel machen und wir sind natürlich auch gleichzeitig Leser, das ist wieder diese Betonung, man kann das immer andersartig definieren, ich will da betonen, dass wir anders sind, aber wir haben, wir machen diesen Verlag aus dem Spaß heraus, aus der Situation heraus, dass unser Leben rund um Comics sich dreht und wir sind nicht irgendwie Angestellte bei irgendeiner Firma, die da sagt, geh doch mal auf die Messe, weil dich haltet man heute ab, delegieren, dann musst du da drei Tage stehen und dann musst du dir das Buch immer vorhalten, nein, das ist unser Leben, das ist unser Inhalt, wenn wir nachts ins Bett gehen und die Augen zumachen, dann träumen wir von Comics. Toll. Ich glaube, das trifft dir für viele in der Runde so. Schön gesagt, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl und die Angst, dass wir nicht alle Themen, die wir heute angeschnitten haben, auch in diesen Runden abschließend besprechen können werden, aber es gibt dieses eine große Thema, das sich letztlich auch aufdrängt und wir hatten es auch vorhin schon mal kurz angesprochen, nämlich die Frage von künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf die Comic-Welt. Also da gibt es ja verschiedene Aspekte, vielleicht eine ganz kurze Einführung nur dazu. Beispielsweise die Menschen, die aktuell Comics übersetzen, fragen sich, wie lange sie das in der Form noch tun werden. Kann das auch eine KI machen oder kann sie das nicht? Menschen, die übersetzen, sagen natürlich, dass sie das nicht können, wird die KI, weil die diverse Sachen nicht kann, unter anderem handwerklich, kulturell und aus diversen Gründen das nicht. Genauso gibt es aber auch die Frage bei vielen Artists, insbesondere Menschen, die die Comics dann auch zeichnen. Sie fragen sich, okay, ist eigentlich meine Existenz als Comic-schaffende Person und natürlich auch noch, weil das ja viele im Nebenerwerb oder eher noch im Haupterwerb machen, also sind sie ja auch als IllustratorInnen tätig. Das heißt also auch Alltagsaufträge für Kunden, Einmalillustrationen, für was auch immer für einen Gebrauch, auch da brechen bei vielen vereinzelt aktuell Aufträge weg. Das heißt also, das Thema künstliche Intelligenz, künstlich generierte Bilder und die Verwendung eben dieser Bilder ist gerade ein ganz großes Thema in der Comicszene. Und auch beim Splitter Verlag könnte ich mir vorstellen, dass das vermehrt ein großes Thema ist. Auf der einen Seite eventuell, um einen gewissen Spardruck zu erfüllen, wo man vielleicht Geld sparen muss. Auf der anderen Seite seid ihr aber selbst, das hast du mehrfach zu Recht ja auch betont, selbst ja eigentlich kreative Köpfe, selbst Comic-Künstler, selbst Autor, selbst einfach von der kreativen Seite auskommend und damit eigentlich per Definition ja kontra-künstliche Intelligenz. Insofern frage ich ganz offen erst einmal, welche Rolle spielt jetzt für dich vielleicht erst mal als Verleger betrachtet, gerade künstliche Intelligenz beim Erstellen eurer Comics. Was für Themen siehst du da gerade für euch als Splitter Verlag? Also ich schalte mal gedanklich 20 Jahre zurück. Als es die E-Books gab, die E-Reader gab und Ähnliches, dann hat eine sehr hohe Klientel gesagt, dass der Tod des Papiers, das Comics auf Papier, das Buch, Buchform, generell der Buchmarkt hat gesagt, das Buch hört auf zu existieren und die Leute werden halt auf dem Device in Zukunft lesen. Ja und das hat halt nicht stattgefunden. Die Umsätze, speziell in Deutschland, sind so gering, das ist ein Bruchteil von Bruchteilen. Also das braucht man fast gar nicht erwähnen. Also bei uns sind die Umsätze im E-Book-Bereich vielleicht bei drei, vier Prozent des Gesamtumsatzes und wir hätten den garantiert mehr gefördert, wenn es sich ergeben hat, weil es uns viel Kosten spart, Druckkosten etc. Das heißt also für den Verlag ist das ja sogar ein Spielfeld, wo er viel schneller exportieren könnte. Also das heißt, wir haben da mit Sicherheit nicht im Weg stand. Nein, also der Markt für das Buch, für das klassische Buch, ist nicht zusammengebrochen. Ich mache diesen Gedankengang deswegen, weil wir ja immer über Comics reden und da mache ich halt den Unterschied und da sage ich halt im Prinzip, bei der Revolution, bei der digitalen Revolution gibt es aber viele Bereiche, wo die heute tot sind im Print-Bereich. Zum Beispiel die klassischen Prospekte sind so mehr oder weniger verschwunden oder die Kataloge sind verschwunden. Also Amazon hat jetzt quasi das Online-Geschäft übernommen, wo der Katalog online ist und da angucken und klicken und bestellen ist alles und es gibt kein Otto-Katalog oder Neckermann oder sowas, das gibt es alles nicht mehr. Das ist komplett verschwunden. Das heißt, wir haben praktisch eine gesellschaftliche Entwicklung und das Comic ist ein Teil davon. Das Comic war damals, vor 20 Jahren, ich habe immer zu jedem gesagt, macht ihr mal nicht so diese Gedanken, weil das Comicbuch, zumindest das Comicalbum, was wir vertreten, also unsere Schiene von Büchern, ist immer großformatig, sehr aufwendig gedruckt, schön herhaftig, hat auch vom Charakter und vom Layout, Bildwelten, alles Mögliche. Dass so ein klassischer E-Reader bis heute eigentlich nicht ideal abbilden kann. Und deshalb habe ich immer gesagt, der Readermarkt wird expandieren und wird auch als neue Konkurrenz da sein, aber er wird das Comic nicht vorrangig treffen. Jetzt machen wir diesen Switch zum KI. Die wichtigsten Gedanken müssen wir uns erstmal jetzt nicht machen, weil den Comic, den klassischen Comic, so wie wir in dem Moment kennen, nicht am Anfang erwischen wird, sondern irgendwann mal in der Folge. Wir sind also nicht hauptsächlich betroffen. Es wird andere Bereiche sein, über die KI. Das, was man ja heute schon sieht, dass man letztendlich heute eine Telefonnummer wählt und auf einmal spricht man mit einem Computer und nicht mehr mit einem Menschen auf der anderen Seite. Das wird sich also in vielen Bereichen der Gesellschaft so einbürgern, wo man gar nicht darüber nachdenkt und was weiß ich. Und dann ist das alltäglich und beim Comic wird es noch lange. Lange heißt jetzt vor mir aus drei, vier, fünf Jahre. Das Außenseiter-Thema sein. Aber trotzdem ändert sich ja die Gesellschaft. Trotzdem sind die Veränderungen und das ist das, was ich bei der KI sehe, ist die KI verändert die Gesellschaft stärker, wie jetzt zum Beispiel das Internet die letzten 20 Jahre die Gesellschaft geändert hat. Weil das, das, die alte Änderung war die im Prinzip der Form, der Präsentationsform und von mir aus noch der Zeit, der Echtzeit. Das heißt, über das Internet habe ich Informationen, Austausch, Content, Spaß, Politik, Spannung, egal was es ist, was mich interessiert. Auch zwei Wege, nicht ein Wege Kommunikation, alles in Echtzeit. Das ist aber jetzt im Prinzip nur die die Form der Darbietung, die Kreation war davon so gut wie nicht beeinflusst. Jetzt kommen wir in die nächste Ära und deshalb ist diese Revolution größer, weil jetzt nicht nur die Form der, oder gar nicht mal so die Form der Darbietung, weil es ja letztendlich genauso bleibt, das wird man heute Smartphone genauso ein Bild angucken wie vor zehn Jahren und man wird in zehn Jahren ein Bild angucken, aber jetzt wird die andere Seite in Angriff genommen und geswitcht. Und das ist etwas, das geht in jeden Beruf, in jede Situation, in die menschliche Zwischen, also das ist praktisch, ich sag mal so, wow, das ist so groß wie die Menschheit überhaupt ist. Also es geht also in die Organisationsstruktur der Menschheit über. Das heißt, wir werden KI haben, die uns lernt, die uns Informationen gibt, die die Politik für uns, die menschliche Zwischenkommunikation, die Bildung, die Unterhaltung, überall wird die KI reinkommen. Und deshalb wird sich auch das Comic ändern. Das ist jetzt alles so kopfhart von oben und in allem, aber wer denkt, man könnte ja als Verlag sich hinstellen, könnte sagen, naja gut, wir machen keine KI-Comics, ich selbst sage, wir werden KI-Comics irgendwann mal machen, wenn wir dann noch leben als Verlag, wenn es dann KI, wenn es sich durchsetzt. Aber eine Welt ohne KI-Comics wird es nicht geben. Es wird KI-Comics geben, weil es KI überall geben wird. Wird es also auch im Comic geben. Das ist, sage ich erstmal meine grundlegende Meinung. Das heißt, die KI wird die Welt erobern überall, auch im Comic. Aber wir werden es nicht vorrangig sein und in dieser Konstruktion, sage ich mal, was ich kann einfach aus der Praxis jetzt schon mal sagen, am allermeisten haben wir jetzt erst mal gesagt, wir werden KI-Angebote erstmal schieben und ablehnen, weil wir erstmal beobachten wollen. Wir wollen da jetzt nicht irgendwo federführend sein, sondern wir wollen erstmal beobachten, was das bedeutet. Was bedeutet KI? Was verändert das? Das heißt, wir würden jetzt also auch keinen KI-Comic direkt bewusst einkaufen, aber es kann ja passieren, dass wir vielleicht in fünf Jahren gar keinen Comic mehr ohne KI-Hilfe angeboten bekommen. Dann wird man theoretisch aus dem Comic-Markt aussteigen müssen, weil an welcher Stelle der Kreation, also die Übersetzung, wenn es jetzt eine Eigenproduktion ist, der Text, die Zeichnung, das Layout, also es wird KI-Comics ziemlich sicher bei uns genauso geben, wie bei einer anderen Verlage auch. Da sehe ich keinen Weg, der daran vorbeigeht. Was mich überrascht hat, ist, dass die, die heute in den Medien, weil über Comics wird ja in den Medien ja auch nicht groß geredet, sondern da wird ja über KI zum Beispiel eben als Textbaustein genommen, dass zum Beispiel Comics ja Bücher schreiben. Jetzt sind aber die Autoren, jetzt in unserer alltäglichen Praxis, die sich am allermeisten bei uns jetzt gerade melden, die sagen, wir könnten mal zusammen ein Comic machen, weil ich kann ja nicht zeichnen, aber ich kann gut schreiben und die haben die, also die Autoren, jetzt die, die sich an uns gewandt haben, das soll jetzt keine allgemeine Aussage sein, aber die, die uns so gemailt haben mit ihren Ideen, die haben jetzt quasi gesagt, na gut, schreiben kann ich, da brauche ich kein für zeichnen, kann ich nicht, ich biete euch jetzt meinen Comic mit Bildern an. Das heißt, die gehen jetzt langsam dazu über, um quasi ein Bilderbuch oder ein Comic zu verkaufen. Also es geht heute eher in Richtung Bilderbuch, weil die jetzt mehr in Einzelbildern, da wird doch die KI viel schneller kommen, das ist auch der Grund, warum das serielle Erzählen bei der KI noch nicht so sauber funktioniert, das muss ja beim Comic sehr durchdacht und strukturiert sein, das serielle Erzählen in Bildern und das hat die KI noch nicht so drauf, deshalb wird Bilderbücher, und die gibt es ja heute schon, die ersten Bilderbücher erscheinen gerade, die komplett von der KI gezeichnet sind, aber jetzt kommen die Autoren auf uns zu. Jetzt ist halt die Frage, lehne ich den Autor ab, weil er mit KI arbeitet, weil eigentlich, kontrollieren kann ich es natürlich nicht, sagt aber der Autor, ich schreibe schon seit 20 Jahren Bücher, aber wenn er entsprechend alt ist, müsste man es eigentlich glauben, und er will sich das Schreiben auch nicht wegnehmen lassen, aber er weiß, dass er jetzt Bilder liefern kann. Und das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das als allererstes in diese Richtung geht. Jetzt haben wir ja noch den Vorteil, dass wir sagen, wir machen hier keine Bilderbücher, aber jetzt ein klassischer Bilderbuchverlag, das ich jetzt als Vorstufe zum Comic nehmen würde, von der Chronologie her, der müsste sich heute dieser Frage stellen, ich habe einen guten Autor, die Bilder entstehen aus der KI, der Autor hat nichts dagegen, der ist ja damit nicht irgendwie umgangen worden, er selbst hat diese Entscheidung getroffen, kann ich auch teilweise verstehen, wenn einer sich als präsent einer Idee, einer Geschichte und sagt, ich habe seit 10 Jahren keinen Zeichner gefunden, weil es ist einfach immer aufwendiger zu zeichnen als zu texten in der Regel, dann hat er jetzt die Chance, sein Werk endlich mal so zu haben, wie er es vielleicht schon immer vorgestellt hat. Das ist ja was für Konzeptserien, und so Konzeptserien, gibt es ja so Konzeptserien, was ihr ja auch gemerkt hast genug habt, wo ein Autor, sage ich mal, mit mehreren verschiedenen Zeichnern jeweils ein Album macht, um das Ding voranzutreiben, das könnt ihr jetzt alles aus der Kiste kriegen, ja. Das, das, genau, also das wird das auch passieren, also wenn mal die Qualität ist, die wir brauchen, dann geht das ganz schnell, weil die Vorteile sind ja immens, aber es wird woanders sein vorher kommen, das heißt diese Entscheidung, äh, ich sag jetzt mal, bis wir regelmäßig KI-Comics rausbringen, hat die Gesellschaft das schon durchlaufen. Also ich glaube nicht, dass wir als Comic-Verlag groß mit dieser Frage im Alltag präsentiert, äh, bekonfrontiert werden, weil die Frage wird jetzt ausgestanden in der Gesellschaft, und wenn der Mensch alles mit KI macht, dann wird er auch KI-Comics lesen. Das ist mein Gefühl im Moment, ne, weil, ich kann das nicht beantworten, ich hab die KI beobachtet die letzten zwei Jahre, und das, was da an Entwicklung geht vor der Geschwindigkeit, ist so schnell und so immens, es gibt sogar irgendwo so ein Anti in München, in diesem Verein, gegen diese KI da, die auf ihrem Banner oben ein KI-Bild drin haben, das ist schon grotesk, weil die selbst gar nicht gemerkt haben, dass die eine KI-Bild verwenden, obwohl sie dagegen eigentlich gehen. Egal. Also es ist schon, es ist schon verrückt, weil, weil dieses, das, jetzt gehen wir mal in die Gesamtgesellschaft, wir kriegen das gerade weggenommen, wir kriegen gerade mal die ganze, die, die Mensch, der Mensch ist für die Genese von vielen zuständig, und das kriegen wir abgenommen. Das macht die Maschine in der Zukunft für uns. Das heißt, wir werden in fünf oder in zehn Jahren, vielleicht ist es auch heute schon so, aber diese Science Fiction, die man immer im Kopf hatte, wird wahr. Der Mensch wird, an zweiter Stelle in der, also, sagen wir jetzt für uns, in der Genese von Bildern und von Texten, aber der wird auch an der zweiten Stelle auch von, wahrscheinlich auch in der Forschung und überall. Das heißt, die Maschine überholt jetzt gerade den Menschen. Das ist, das ist das gesellschaftliche Thema. Und wenn ich irgendwann mal eine Menschheit habe, die sich mit Platz zwei zufrieden gegeben hat, dann würde ich mich kaum beschäftigen, ob jetzt in der Comic KI verwendet wurde oder nicht. Also wir haben ganz was anderes auszufechten vom Level her als Gesellschaft. Die Superreichen können sagen, ich leiste mir etwas, das erstellt wurde ohne KI. Das kostet dann 12.000 Euro für... Würde einen Gegentrend geben, ja. Vielleicht, ja. KI-freie Comics halt dann, Sowas. Also müssen wir der reichen Gesellschaft suggerieren, dass Comics lesenswert sind. Und die Autoren kommen eben jetzt auf sich zu mit ihren Ideen, die sie haben für Bilder, Bücher, die ja scheinbar bei euch überhaupt nicht ins Portfolio fassen. Wie sieht es aus mit den Künstlern, mit den Leuten, die letztlich aktuell auch bei euch, habt ihr aus dem deutschsprachigen Raum, auch jede Menge Menschen, die für euch Comics gemacht haben oder exklusiv zumindest bei euch veröffentlichen. Wie sieht es da aus? Kommen die auf euch zu? Teilen die mit euch ihre Ängste? Wenn ja, welche Ängste sind das? Was für Themen und Gespräche führst du da mit den Artists, die Zeichner werden es ja nicht, die können es ja, die können ja mit, in dem Moment, wo ein Künstler auf KI geht, legt er ja etwas aus der Hand. Das habe ich ja vorhin gesagt, die Maschine übernimmt das ja. Das heißt, ich habe ja einen Künstler, weil der eine bestimmte Kunstfertigkeit hat. Wenn er dieselbe Kunstfertigkeit mit der KI kreiert, dann ist es ja nicht mehr seine. Das heißt, in dem Moment, in dem er mir, er würde zwar den kommerziellen Gedanken vielleicht treiben, dass er sagt, ich will das jetzt mit meinem Namen veröffentlicht haben, aber er verkauft ja gar nicht mehr seine Kunst. Das ist ja der Unterschied, meiner Meinung nach, eben zu dem vorherigen, zu den anderen, zu der Digitalisierung. Das wird ja früher auch ganz klar, es wurde gesagt, ich zeichne nie am Computer und heute ist das Standard. Also heute 90 Prozent der Comics werden am Computer koloriert und vielleicht 50 Prozent schon auch am Computer geskrippelt und getuscht. Also es gibt immer noch die alte Vertretung, dass man da hingeht, das muss auf dem Papier sein und mit Radiergummi, aber das wird ja immer weniger. Und damals, wie ich ja sage, die Strukturen waren ja dieselben, es ist ja nur die Form der Umsetzung, aber es war immer noch der Creator derselbe und das ist ja das, was jetzt wegbricht. Das heißt also, du wirst nicht erleben, dass ein Künstler sagt, hier, ich bin Künstler und es ist mein Kunstcomic. Er würde vielleicht sagen, ich war mal Künstler, also wenn er real ist, ich war mal Künstler und jetzt bin ich KI-Produzent oder sowas. So wäre jetzt für mich die Bezeichnung, wollte das rausbringen, aber er kann sich nicht mehr als Creator und nicht mehr als Künstler definieren und deshalb kommt er im Moment meiner Meinung nach nicht, weil er gibt das ja auf. Wir sehen aber, dass es halt eben, ohne es zu nennen, schon stattfindet. Das heißt also, Künstler, man kann sich ja auch von der KI unterstützen lassen. Ich persönlich habe ja auch ganz normal so ein Bild-Account und wir schauen es dann, weil wir ja auch traditionell, wir haben ja zwei Grafikstudios im Hintergrund, die ja auch Werbeaufträge und alles gemacht haben, mittlerweile für mich ist das komplett erledigt, aber in Bielefeld werden immer noch ab und zu ein paar Fremdaufträge gemacht und da sieht man, dass man mit der KI ja schon, wenn man ja nur eine Unterstützung reinholt. Also das heißt, man muss ja noch nicht mal die KI malen lassen, aber man kann die KI einfach wie eine Art, also jeder Künstler macht das ja auch, Bilddatenbanken angucken, früher ja auch, jeder Zeichner, also ich mache jetzt einfach mal ganz schnell meinen Sidekick zu meiner großen Enttäuschung. Ich bin ja der größte Fan von was weiß ich, Chirurg gewesen, ich bin es auch heute noch, aber der große Blueberry-Zeichner als Mögliche und ich habe immer, wie ich damals angefangen habe, 70er, 80er Jahre zu zeichnen, alles, dann habe ich mir gedacht, wie hat der das hingekriegt? Und die 20 Bilder, die mich am meisten beeindruckt haben, sind auch die 20 Bilder, wo ich halt irgendwann 10, 20, 30 Jahre später über Making-ofs und so was, dass er da immer Fotoreferenten hat oder irgendwas, weil ich einfach, das ist so auf den Punkt gezeichnet, natürlich brauchst du immer noch eine künstlerische Interpretation, weil es ja nicht als Foto erkennbar war, weil es ja auch in seinem Stil dann umgesetzt war, aber tatsächlich bin ich dann, die Idee für den Bild hat er sich praktisch dargeholt. Die Idee und teilweise auch gepinnt, teilweise richtiggehend, dass du sagst, du, das existiert als Foto, das ist gar nicht von ihm groß. Es ist genial eingearbeitet, es sind viele Sachen, wenn ihr bei uns die Dings habt, die Dings, die Mebius Collection, also da alles, hinten haben wir ja immer die Making-ofs und was für Fotoreferenzen er dafür hatte und was weiß ich. Typisch ist ja für Möbius, er hat einen Charakter, der läuft irgendwo, dann macht er eben die Tür auf und dann ist er in einem ganz anderen Universum. Da denkst du, das ist im Kopf gewesen. Nichts, also jetzt so, im Nachhinein kann ich immer sagen, ja Möbius hat eigentlich nichts anderes als Sand, Steine und Felsen und Wüsten, weil er immer, das ist ja ein Thema Wüste, das hat er im Kopf gehabt. Aber sobald da was anderes drin ist, was groß und aufwendig, was weiß ich, dann hat er sich eine Inspiration wohl geholt. Der hat die da, also nicht über LSD und Filz oder was er da sonst auch mit. Mischung aus alledem. Wahrscheinlich. Es gibt auch Leute, also ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, es gibt ja viele Künstler, die haben ein fotografisches Gedächtnis. Es kann ja sein, dass er das auch nur gesehen hat und wieder abgerufen hat. Das kann theoretisch sein. Bei Künstlern gibt es das. Aber Stein und Sand konnte er sehr gut zeichnen. Das konnte, ja, ja. Nein, aber das ist das Originäre. Das ist das, was an Möbius originär bleibt. Ich finde es ja nicht schlecht, weil er das ja auch konnte. Und sehr gut, er kann ja, ich will ihn ja nicht gegenteilen. Ein Künstler ist ja auch einer, der was interpretieren kann. Aber nur einfach vom Gedanken her, Künstler haben immer einen Input gehabt. Und die KI wird auch einen Input haben. Die werden die KI verwenden, auch die, die sie nicht eins zu eins verwenden, diese als Inspirationsquelle. Wenn du so einen Panelgenerator nimmst, kann der Künstler, der ein Panel von der KI generieren lässt, es verwerfen, nochmal neu die KI starten oder es auswählen. Also auch da entscheidet er, was ist Teil seines Werks anhand von einer Vorgabe, die er selbst weiterverarbeitet, dem entscheidet, kommt er rein, kommt er raus. Die Entscheidung, ja. Aber ist er Creator, ist er nicht mehr. Die Kreation hat er abgegeben. Naja, die ganze Seite sind im neuen Panel, wie du die anordnest, mit was du die füllst. Allein wenn das eine Panel rot, das andere blau ist und der andere Künstler sagt, hier ist grün, dann ist es bei moderner Kunst Creator. Ja, ist nur der kreative Anteil halt auch nur ein Bruchteil von dem Klappwerk dann. Also das ist halt auch die Frage, wie viel Anteil habe ich davon? Ja. Aber das wird halt eben, das wird normal sein. Das wird, ich sehe nicht eine Welt ohne KI, dass die Chance ist vertan. Naja, wenn man jetzt Strom abstellt. Ja, es ist eine, es ist schwierig, also es wird auch nicht, wir gehen wirklich, also auch da ist es wieder so, weil ich jetzt mit meinen 60ern da jetzt einfach demnächst ja quasi aussteige, in dem Sinne, dass es für mich jetzt nicht mehr wichtig ist. Aber klar, es würde mich jetzt, als 20-jähriger Künstler, würde mich das heute, ich könnte nachts gar nicht ruhig schlafen, das würde mich umtreiben, weil ich weiß, dass ich die Zukunft nicht mehr im Griff habe. Ich weiß es nicht. Wir haben das damals, also ich habe jetzt noch vor Computer ja angefangen, ich habe noch konventionell und für mich war das ein Schlag in den Bauch, wie der Computer kam. Ich habe da gar nicht drunter gelitten, ich habe damit sogar Geld verdient und war ganz vorne dabei eigentlich auch bei dieser Revolution. Trotzdem hat es aber für mich ganze 10, 15 Jahre meiner Genese einfach abgeschnitten und die waren unwichtig. Und es ist nur ja von vorne anfangen. Ich habe wieder, ja, also irgendwo nicht von vorne, aber das, was ich konnte, war auf einmal gar nicht mehr wichtig vorher. Aber das können ja die Leute heutzutage auch machen. Das, was sie bis jetzt können, einfach drauf verzichten, Ego überwinden und sagen, jetzt arbeite ich mit KI und biete das meinem bisherigen Auftraggeber an. Ja, aber der Unterschied ist, vorher musstest du ja was können und dieses Können musstest du transformieren. Jetzt kommst du aber in eine Generation, wo du gar nichts mehr können musst. Ist doch schön für die Leute, die diese Blödsinn sind. Also ich sage, weil wenn ich heute der KI sage, Auto, dann entsteht ein Auto. Ja. Das Auto, wenn ich nur Auto sage, kann es schöner aussehen, als wenn ich sage, was weiß ich, rotes Auto mit gelben Felgen. Kann es sein, dass das erste, nur der Auto, also ein Kind von zwei Jahren Auto, kann eine Illustration fertigen, also wir heben diesen ganzen Schaffungsprozess komplett raus und die Qualität und die Umsetzung, auch die Kreativität kann von der Maschine bestimmt werden. Da ist kein Rückbezug mehr zu dem Künstler, wie toll das Werk ist. Genau. Das heißt, es gibt keine Ursache und Wirkung mehr. Das heißt, wenn da noch Computer dazukommen, die Quantencomputer sind, die Zeit, in kürzerer Zeit, mehr leisten können, dann klingt das fast so, als brauchen sie keine Zeit mehr, um etwas zu leisten. Wenn man keine Zeit mehr braucht, braucht man keine begrenzte, vergängliche Zeit mehr, dann ist Zeit aufgehoben, dann gibt es alles sofort. Absolut, ist vielleicht nur ein bisschen sehr abstrakt und ein Thema für einen anderen Podcast. Es ist zum Glück noch nicht, absolut. Aber ihr habt ja auch diesen Kontakt jetzt eben wirklich mit vielen, insbesondere jetzt auch Sprachkünstler. Es geht los. Ihr habt ja diese Leute, genau, also wenn wir ein paar Namen aufziehen wollen, den Marek, Sabotke, ich komme, du helf mir mal auf die Sprünge, ihr kennt die Namen doch auch. Ja, nein. Nein, nicht dem, der hat eine Silbe mehr, Mayulov, Mayulov, Sabotke, nein, Marek, wie heißt der, der mit den Horrorhaaren, der auch den Dings, Jurek, Jurek, genau. Dann habt ihr die von Radios, ihr habt die Myre-Künstlerin und diverse weitere Namen, die wir jetzt aufzählen können. Gab es denn schon Konstellationen, dass auf euch mal Künstlerinnen oder Künstler zugekommen sind, haben gesagt, hier, den Comic, den wir jetzt eigentlich vereinbart hatten, den kann ich euch zum Zeitpunkt X nicht liefern, weil mir in der echten Welt jetzt Illustrationsaufträge zum Beispiel weggebrochen sind. Ich muss erst mal Geld verdienen, bevor ich wieder mein Kunstprojekt weiter angehen kann. Gab es mal solche Konstellationen? Noch ein grafischer Künstler, illustrativer Künstler hat sich bis heute bei uns irgendwo dazu geäußert, dass er das machen will, weil aber genau das hier, deswegen habe ich das vorhin ja versucht zu erklären mit der Situation. Für die ist das ja ein, die klinken sich ja raus aus dem Kreationsprozess und die wollen ja an Bord bleiben. Das heißt, wenn die das verwenden würden, würden die das erst einmal, ich sage jetzt mal ganz salopp, gar nicht kommunizieren. Die würden es vielleicht durch Unterstützung ihrer Arbeit nehmen, eben sowas wie die Recherche, aber ich glaube nicht, dass die uns sagen würden, ich mache jetzt einen KI-Comic, weil sie eigentlich, gerade die, die wir auch haben, sind praktisch durch die Bank alles Könner. Die können das. Sie entwerten sich ja selbst, indem sie da quasi einen Step zurück. Wenn einer, das ist ja das, was ich bei den Autoren, der jetzt nicht vermutet habe, dass sie sich so schnell melden, aber da ist ja geschehen, für dieses Jahr ein Zugewinn. Die sagen ja auf der anderen Seite, ich komme jetzt auf eine andere Bühne, ohne dass ich was selbst dazu beitragen muss. Also für die ist das ein, die werden voran. Und jetzt kommt das rein, weil was verändert. Du hast ja jetzt mich ja immer so angedeutet, was das in der Welt, die Kreation, was das verändert. Auch die Geschwindigkeit, wie das alles geht und so. Jetzt kommen wir ja an diesen Punkt, dass das ja zwei ganz große Effekte hat. Der eine ist der, dass ich jetzt Konkurrenz von Menschen kriege, die ich vorher gar nicht hatte als Konkurrenz. Also jetzt mal nur zum Beispiel Autor-Zeichner-Team. Jetzt sagt jetzt mal ganz erlaubt, der Autor zum Zeichnen, meine KI kann das schon besser zeichnen, als die zehn Jahre mit dir zusammen. Meine Serie kann jetzt, wenn ich ohne dich arbeite, bei jemandem bleibt das jetzt, erfolgreicher und schön, also zumindest für mich als Autor, das ist mehr das, was ich mir vorgestellt habe, komm, geh mal vom Leisten, geh mal hin und such dir mal einen neuen Autor. Ich bin jetzt Autor und Zeichner oder KI-Creator oder wie man das nennt, in einer Person. Das ist das eine. Das heißt also, das wird jetzt unheimlich von der Textseite aufgeräumt, das Thema. Die werden alle sich überlegen, was sie tun. Und das andere, und das ist meine Erkenntnis jetzt auch aus diesen letzten Kontakten, die ich hatte, wo ich immer sage, die Autoren, für die ist das ja ein Gewinn. Das ist das Groteske. Wir denken nur über das, wie das am Schluss kreiert ist, aber der Autor selbst kann wunderbar erzählen und 90 Prozent der Autoren können halt nicht zeichnen. Für die ist es, sie wollen was erzählen, aber sie können es nicht darstellen. Und auf einmal könnten sie es. Also da wird sich meiner Meinung nach sehr viel ändern. Und jetzt kommt aber das andere. Die Retour-Kutsche kommt ja von der ganz anderen Seite. Diese Geschwindigkeit, die Echtheit, was weiß ich. Es wird sowieso alles übereinander werfen, weil der Preis ja gar keine Rolle mehr spielt. Ich kann ja, wenn das gut funktioniert, wenn eine KI gut ist, kann ich in, was weiß ich, in fünf Tagen, am Wochenende, einen Comic mit KI machen. Was machen wir denn da? Wenn einer sagt hier, keine Ahnung, jetzt als Verlag, als Künstler, als Kunde, als Leser, als im Handel. Und wenn es Auftragsarbeiten sind, wir reden ja jetzt hier, wir sind ja im Autorenbereich. Deswegen sage ich ja, wir sind nach Vorrangig nicht betroffen. Das wird vielleicht mehr so im Auftragsbereich. Studio arbeiten. Wenn ich jetzt ein Studio habe mit 100 Künstlern, ich habe die Rechte über die Figur und ich habe hier 100 Künstler und die kosten, was weiß ich, 50.000 im Monat. Und jetzt kann ich das mit der KI machen für 500, mache einen Super-Account bei einem oder zwei von den Providern und kann es für ein Prozent, kann ich das Comic produzieren. Für so Massenserien, früher wäre das für die Basteiserien wäre das göttlich gewesen. und wenn der es nicht macht, macht es ja vielleicht einer, der bis heute noch gar keinen Comic gemacht hat, der steigt da in das Geschäft als Seiteinsteiger ein. Und das ist das, was wir jetzt als erstes dann wahrscheinlich erleben werden. Der Preis, du kannst deinen Comic für 100 Euro machen, wo du vorher über 10.000 geschluckt hast. Aber das meine ich ja jetzt genau, es geht mir tatsächlich um die Ängste von den Künstlern. Um die geht es mir konkret. Ob ihr da schon Konstellationen hattet von Leuten, die sagen, entweder ich kann mein Herzensprojekt zu den Konditionen aktuell nicht weiter betreiben, weil ich mich im Hauptjob sehr viel mehr reinhängen muss, gerade damit mir da nicht andere KIs zum Beispiel meinen Job wegnehmen. Oder ob es Leute gesagt gab, die nochmal nachverhandeln mussten, weil sie plötzlich mehr Geld brauchen, weil sie nämlich einfach diesen Konkurrenzdruck von der anderen Seite spüren, dass sie da plötzlich neue Konditionen mit euch verhandeln wollten. Also gab es schon konkret Künstler, zeichnende Personen, die in irgendeiner Form KI und die Ängste, die sie damit verbinden, bei euch zum Thema gemacht haben. Also nicht jetzt konkret im Business, weil wir es ja quasi auch nicht anbieten. Also das heißt, im Geschäftlichen hat noch kein Künstler jetzt gesagt, würdet ihr mit mir KI machen oder würdet ihr Konkurrenz zu mir einkaufen? Aber dass sie sagen, hier bitte macht auf gar keinen Fall KI, sonst unterbinde ich meine Verträge mit euch, das wäre doch eine Ansage, die die machen könnten. Weil die sagen, von deren Seite aus, dass sie sagen würden, hier KI, das ist so ein, das ist ja gerade ein Monster-Damoklesschwert. Ich bin sehr involviert in dieser Indie-Szene und kenne da eine Menge Künstlerinnen, die haben alle Riesenangst. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ein Riesen. Die Frage ist wirklich, wird diese Gesellschaft, vielleicht spricht die gesamte Gesellschaft an diese KI-Situation. Wir reden jetzt nicht darüber, dass irgendwie aus der Comics-Szene heraus ein Problem für die Gesellschaft entsteht, sondern diese ganze Gesellschaft, muss sich das überlegen, ob Menschen Verträge machen und Gespräche führen mit Maschinen, ob sie das akzeptieren, keine Ahnung, ob der Seelsorger halt eben kein Fahrer mehr ist, sondern eine Maschine und all diese Sachen, das wird so reinhauen in die Gesellschaft, dass diese Comic-Kreation einfach so unwichtig ist im Verhältnis. Wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, aber ich sage ja vielleicht, drei oder fünf Jahren wird vielleicht kein Mensch überhaupt darüber nachdenken, dass die Comics von der KI kommen, weil es einfach, ich sage jetzt mal, übertrieben, vielleicht in fünf Jahren 100 Prozent KI-Comics sind. Ich glaube, dass in fünf Jahren, wenn das so weit kommt, keiner mehr Comics liest, weil es ein anderes Entertainment von der KI generiert gibt, dass nicht mehr 80 Prozent keine Print-Medien oder vergleichbares Lesen, sondern 99 Prozent. Also dann gibt es anderes Entertainment, das egal ist. Wie hieß das früher? Max Headroom. Das war doch diese, eine war der Lieblings-Selder. Kennst du das auch noch? Ich kenne nichts. Maximal Headroom. Aber ich kenne jemanden. Das war auch so geil, der war auch Nachrichtensprecher, sowas war bei eigentlich eine KI, also der hat dann immer geflaggert von. Ja, gefakte KI. Also 3D-Computer-Kopf, der halt eben so mit allmöglichen Störungen da versucht hat, 80er, 90er Jahre, look, das zu machen. Und der Name kam von diesen Absperrbalken Maximal Headroom, also durch Fahrzeuge, maximal durch Fahrzeuge. Das war im Hintergrund und daraus haben die dann den Namen, das war total geil. Das war weg. Muss mal wieder gucken. Gibt es bestimmt irgendwo im Mediathek? Das klingt wie ja. Da sind wir angekommen. Das war eine Vision in den 80er Jahren. In den 80er Jahren, genau. Da kommen ja diese ganzen iRobot und was weiß ich, ist ja völlig egal. Diese ganze Geschichte der Menschheit dreht sich darum, was passiert mit uns Menschen, wenn die Maschinen uns ebenbürtig sind und überholen. Und jetzt sind wir halt da. Wir sind an der Stelle. Ja, aber theoretisch kann A, ein Staat irgendwas regulieren, B, kann die Energiekrise sagen, wir könnten nicht alle Energie nur in die KI stoppen. Und nachher haben wir unsere Bäume vergessen. Das Problem haben wir jetzt schon mit Handys in dem ganzen Kram oder mit E-Audios und sowas. Vielleicht kann man die KIs gar nicht so lange füttern und am Leben halten, weil man die Energie für die Lebenserhaltungssachen von den Menschen braucht. Also es gibt nur eine Energie, die ist sehr groß, aber nicht unendlich und sie wird verbraucht für, wenn alle mit den Handys spielen, für ganz viel KI-Kram. Vielleicht ist das zu viel. Das ist jetzt schon. Vielleicht kann die KI ja dann einen neuen Strom schaffen. Nee, aber eine bessere, eine effizientere Weise aufzeigen wie... Also ich kann... Für so einen klassischen Zuhörer geht es ja jetzt darum, oder wenn er Künstler ist und zuhört, geht es ja darum, ist meine Zukunft irgendwie als Künstler gesichert? Und da muss ich ja leider sagen, nee, weil ich meine jetzt im Rhein-Netz, ich habe ja eben vorher auch mit dem Wirtschaftlichen alles. Jetzt lassen wir uns Splitter hinstellen und sagen, wir werden in fünf und zehn Jahren nie mit KI arbeiten. Dann gibt es vielleicht später in fünf und zehn Jahren genau deswegen nicht, weil ein anderer, der das tut, halt den Markt erobert hat. Das heißt, wir sind wirklich in einer Situation, ich kann da keinem jetzt quasi die Ängste nehmen, sondern im Gegenteil, nur richtig schön noch Öl da raufschütten. Die Zukunft kann ohne KI nicht sein. Die wird mit KI sein und man muss sich als Künstler, und ich bin es ja selbst, wie gesagt, ich habe diese Segnung des Alters, dass es halt für mich jetzt am Ende des Lifetime kommt und am Anfang, aber irgendwie die Vorstellung, dass man die nächsten 20, 30, 40 Jahre ohne KI im Creation-Bereich, und wir reden ja nicht, wie gesagt, der Comic-Künstler hilft das nicht, wenn man von allem, mein Sohn arbeitet in der Filmbranche, wir haben es ja mitgekriegt, also da ist bei Disney und die Disney, wie sind die Leute da auf die Straße gegangen mit den Autoren, mit den ganzen Geschichten, was für einen Riesenstreit jetzt gerade, weil das auch viele, und geht es ja um Millionen, die Schauspieler, die ihre Gesichter oder ihre Stimmen, fängt ja mit so kleinen Sachen, nur die Stimme und sowas. Ja, vorher hat keiner sich Gedanken gemacht, weil es riesig aufwendig war, weil es gab ja immer Stimmen, Nachahmer, die dann praktisch auch sowas gefakt haben, Schauspieler gefakt haben, was weiß ich, überhaupt die ganzen Klonen, Schauspieler, die es ja auch gab, da gab es ja auch Filmprojekte und alles mögliche. Ja, aber auf einmal ist es dann irgendwann mal wieder auf einem ganz anderen Level und ganz billig und vor allen Dingen ja nicht aus der Filmbranche heraus oder aus der Konkurrenz heraus, sondern aus, jeder kann das, ein Zehnjähriger kann das bedienen, das heißt, du kommst in die Situation, dass diese Gesellschaft sich damit auseinandersetzen muss, wie definiere ich mich, jetzt bezogen auf die Künstler, wie definiere ich mich als Creator eines Comics in einer Welt mit KI? Ohne wird es nicht gehen. Hat wieder was mit Image und Selbstvermarktung zu tun, solange du deinem Kunden suggerieren kannst, ich mit meinem menschlichen, kreativen Output bin das, was du lieber Kunde brauchst, dann bezahle mich und ich mache dir eine Illustration, solange geht es gut und ja, wirtschaftlich gedacht wird dein Gegenüber, der Klient irgendwann denken, es ist schon verlockend, wenn das andere zehn Euro kostet und du kostest 400 Euro. Du brauchst zwei Wochen und das braucht einen Tag, also, weil es ja vielleicht immer noch einen Menschen ausführt, der ihm das zuliefert. Ja, also Leute, die so Trading Cards malen, die Illustrationen darauf, da gibt es schon Leute, die haben da, die wurden schon abgelöst von demjenigen, der die Trading Cards macht, der denkt sich, naja, das muss ja nur ein Bildchen drauf, also das kann die KI jetzt schon. Dadurch, dass Comic eine Nische ist, ist keiner dabei, die KI in die Richtung vorrangig zu füttern, dass sie schlauer und schneller und intelligenter vorwärts kommt zum Thema Nische Comic. Deshalb war ich vorhin beim E-Book-Reader, weil die bis heute nicht optimal fürs Albenformat angepasst sind. Das hat sich keiner umgekümmert. Genau, ist einfach rausgefallen so. Das heißt also, wir werden vorerst keine Sticker auf Splitteralben lesen, ohne KI erstellt und werden auch keine klare Ansage kriegen, dass wir auf fünf, meinetwegen auf zehn Jahre keine KI benutzen werden wollen, weil das einfach auch wirtschaftlich gesehen total Quatsch ist. Wir können es ja nicht mal bestimmen. Man kann es auch gar nicht vorhersehen. Weil, wenn uns das jemand wegnimmt, also wir reden von so einer Verwerfung in der Branche, dass heute ein Verlag, der vielleicht noch gar nicht existiert, der in drei Monaten gegründet wird, vielleicht in zwei Jahren 80 Prozent der Comic-Produktion macht. Was soll ich denn dagegen halten? Natürlich, ja. Wenn der sich verkauft, wird der ein Produkt am Markt kreieren können, wo ich nur passen kann. Tag live. Oder andersrum gesagt, soll ich jetzt meinen Künstlern sagen, du kriegst jetzt das KI-Gehalt. Also null quasi. Also liefert es auch in einem Tag ab und für nichts. Kann ich ja auch nicht sagen. Also das heißt, im Endeffekt ist es definitiv, das ist vollkommen aus der Hand gegeben. Wir werden das nicht fördern, nicht pushen. Wir werden mit unseren Künstlern akzeptieren, wie die das haben wollen. Also das heißt, wenn ein Künstler sagt, ich werde das mit KI-Unterstützung weiterarbeiten wollen, aber ich glaube nicht, warum soll ein Künstler sich selbst rausschmeißen vorher? Das wird vielleicht passieren durch die KI. Aber dass er sich selbst aktiv rauswirft. Ach, das kann ich mir auch vorstellen, dass das in Einzelfällen passiert. Das sind alles Menschen, die sie machen. Ja, vielleicht, weil er nicht mit umgehen kann. Das kann ja passieren. Aber er würde doch normalerweise sagen, das ist meine Selbstbestimmung, was ich ja habe. Das werde ich so lang, wie es geht, weiter tragen. Und weil du eben vorher bei der Wirtschaftlichkeit warst, gibt es ja heute schon, vielleicht ist ein Rettungsangehör das Crowdfunding. So, dass man eben sagt, KI-frei funktioniert auf einer ganz anderen Art von Markt. wo Leute was geben, dafür was bekommen. Und das ist dann, ich sage jetzt mal, zertifiziert ohne KI. Aber der Markt, von dem wir jetzt reden, in der Buchhandlung, im Regal liegen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie beobachtet. Also im Internet zum Beispiel, das ist mal absolut 100 Prozent. Die waren schon früher, was weiß ich, made in Taiwan und in China und made in Indien. Die Ausmalbücher und Kinderbücher und was weiß ich, die so No-Name sind. Das war alles in Asiatschan schon seit über 10, 15 Jahren. Da sind dann ein oder zwei Dollar gezahlt worden pro Seite für die Künstler. Mehr ist dann nicht bezahlt worden. Das sind ja auch entsprechende Hudel-Dinge. Der Markt ist komplett KI. Innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr. Ich sehe nichts anderes mehr. Das sind alles KI-Bilder. Das sieht man an der Struktur, an dem Aufbau. Ich habe mich mit dem Thema, der Genese von diesen Bildern, nur wie die entstehen und was die, das kann man sehen. Das sind alles KI-Bilder. Also heute kannst du im Prinzip 100 und 200 Malbücher kaufen, wo nie ein Mensch einen Stift angesetzt hat. Also der Markt ist schon weg. Also Kinderbuch, Ausmalbücher, Zeichner, Künstler, kann ich schon mal sagen, ist erledigt. Wirst du nie mehr werden. Wird auch keiner beauftragen. Aber wenn die Kinder jetzt einen Roboter kriegen, der mit KI gefüttert ist, kann der Roboter für das Kind das Ausmalbuch ausmalen. Das ist der gar nicht. Toll, ein Gewinn für alle. Naja eben, aber das ist ja diese gesellschaftliche Erfahrung, die wir machen werden. Im schlimmsten Fall fällt das Produkt weg, das von dem wir reden. Das Produkt ist vielleicht gar nicht mehr existent. Weil es ja keine, das ist so diese, das braucht diese Einbahnstraße. Du hast einen Creator, du hast einen, der es umsetzt, sagen wir mal einen Producer in dem Sinne und du hast einen Konsument. Diese Einbahnstraße wird ja auch aufgelöst. Die ganze Filmbranche überlegt, ob es überhaupt noch Filme gibt irgendwann mal, weil einfach jeder seine eigene Idee, seine eigene Geschichte für sich umsetzen kann. Es kommt dann immer wieder drüber an, wer das, wie das Publikum reagiert, ob sie sowas wollen oder nicht. Naja. Stell dir mal ein Kino dar. Du schaltst 10 Euro. Ich gucke mir doch im Kino nicht irgendeinen Film an von irgendeinem Krieg. Das ist mir schon interessiert. Nee, nee. Stell dir mal vor, du bist im Kino, 30 Leute. es ist heute Abend. Jeder hat seinen eigenen und du siehst deinen eigenen Film. Du hast ja einfach so, wie hier, du hast so einen kleinen Mikro und du sagst, was du willst. Da rennt James Bond und du sagst, jetzt sollte er auf dem Dreirad fahren und dann radelt er auf dem Dreirad. Der ganze Saal lacht und krummt. Das ist ein Gag und Spaß. Aber dieser ganze Film findet eine Stunde statt. Jeder hat 5 Euro für bezahlt, geht rein, aber alle sind gleichzeitig Creator und der Film ist nie von einem Filmstudio umgesetzt worden. Das ist auch wie bei einem Videospiel, wo du den Ausgang selber bestimmen kannst. Genau. Dem nach rechts oder links. Das siehst du doch gerade an den aktuellen Serien. Bestes Beispiel Star Wars. Wie oft wird über eine Star Wars Serie gemeckert, weil das nicht das den Erwartungen entspricht, die der Zuschauer hat und wenn er das nicht, dass ich das selber zusammenstricken kann. Ja, aber genau das ist zum Beispiel der Grund, warum ich solche Sachen mir nicht mehr angucke. Und das ist auch, wenn du den Bogen zum Comicrat wieder zurückspannst, wie viele Serien, die eigentlich abgebrochen oder nicht abgebrochen sind, aber eigentlich beendet werden, wenn der Zeichner stirbt, sag ich mal. Oder der Autor, oder meistens eher, sag ich mal, der Zeichner. Ja. So. Wie oft gibt es Versuche, mit anderen Zeichnern oder anderen Kreativen, diese Serie fahrzusetzen. Ja. Und da gibt es auf der einen Seite die Hardcore-Sammler, die sagen, oh, da ist, ich sage das jetzt mal einfach mal als Spaß, da ist ein neuer Asterix da, dann hole ich mir den. Ja. Egal, wer den gezeichnet hat, egal, wer den getextet hat. Ja. Und für solche Leute ist KI, kein Problem, die würden auch ein KI-Album kaufen, Hauptsache, sie haben den neuen Asterix. Weißt du? Das ist, das meine ich so, so Serien-Dings. Und ich habe früh schon bei bestimmten Serien gesagt, wenn da ein Zeichner war, der mir nicht gefallen hat, zum Beispiel bei Comanche, das ist der Rusch, da habe ich dann gesagt, das sieht ja scheiße aus. Heute sage ich mir, der Rusch, das hat eigentlich auch ganz gut was gemacht, weil der war halt ein Anfänger. Vor dem ganzen Depp, da war er noch der Beste. Ja, oder der Franz, Franz Trapier bei Joghurt, ja. Da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, was ist das? Und dann ist er doch noch so ein guter Zeichner geworden. Aber du hast doch als Konsument selber in der Hand, ob ich das jetzt kaufe oder nicht. Ob ich es jetzt kaufe, wenn ich weiß, von der KI uns gefällt mir nicht, Ja, aber du gehst jetzt davon aus, dass das Produkt ja existiert. Das wird ja gar nicht mehr existieren. Weil du bist jetzt beim... Du machst ja dein Produkt selbst. Genau. Das existiert. Es wird ja wirtschaftlich keine Basis mehr sein. Also jetzt, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, KI, mein Sohn in London, bei Disney, die haben eine KI-Teilung. Mein Sohn sollte ihn in Anführungsstrichen nicht leiten, aber zumindest ist er jetzt drei oder vier Monate hat er KI-Schulung gemacht, dass er praktisch alle Tools kennt, dass er sie alle bedienen kann und hat ja so im Prinzip eine Spezialaufgabe, was es in Details, darf ich nicht sagen, weil es halt mit einem Filmprojekt zu tun hat. Aber sie haben ihn auf KI trainiert und sie setzen es als Test ein. Das heißt, sie machen eine fünf- oder zehnsekundige Sequenz mit KI, um zu gucken, wie es funktioniert am Markt. Also es geht um die hohen Ansprüche, ob es halt die Qualität erfüllt, ob das was weiß ich. Wollen sie dem Publikum zeigen? Aber ich weiß nicht, ob sie das überhaupt sagen. Das kann ja sein, dass es auch nicht enttreibt. Problem nachfragen. Es geht nur darum, dass die Abteilung ist da, da wird Geld investiert. Ja, ja. Und man kann es ja sagen, die arbeiten mit KI. Ja. Jetzt können wir es vertrauen haben, dass noch kein KI-Film draußen ist. Könnte aber auch schon sein, dass sie sagen, lass uns schon drei Jahre KI produzieren und dann sagen wir irgendwann, wir haben eine Abteilung gemacht. Aber er sitzt da und er setzt das um und er ist Trainer der KI. Und du musst die dann trainieren. In dem Moment, wo du dieses Tool, also wie so eine Art Plugin, in dem im Prinzip KI Animationen machst, als Bewegung von Körpern und das umsetzt. Und das musst du trainieren. Das heißt, im Endeffekt sagt die KI, also ich mache jetzt einfach mal drei Handbewegungen, die setzt er aus und der muss nur im Prinzip in diesem KI-Tool sagen, richtig, falsch, richtig, falsch. Er trainiert die KI, wie er als Spezialist für Composing im Film, wie er das entscheiden würde. Und trainiert die KI auf seinen Geschmack, auf seinen Gefühlen. Boah, der kann ja ganz cool manipulieren. Der könnte sie auch quasi in die falsche Richtung. Er könnte sagen, die lege ich jetzt mal komplett rein. Aber es wird weltweit überall so sein. Aber das heißt ja quasi, während wir darüber reden, ist die KI schon im Einsatz, wenn auch erst mal nur intern. Sie wird trainiert, sie wird geübt, sie wird für den Momentum, wenn man sie braucht, dass man sie hat, dass man sagt, ich kann mit der KI arbeiten. Weil das Konventionelle ist jetzt fertig mit diesem Trainingseinheit da und die Entscheidung fällt wohl Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ob es diese Abteilung geben wird. Also quasi dann wäre es eine offizielle KI-Abteilung. Womit dann praktisch sagen, wir kriegen es nicht gebacken, preislich, terminlich gibt es die KI. Mal gucken, was die daraus machen. So wäre das wohl organisatorisch, dass man eine KI-Abteilung hat für spezielle Aufgaben. Aber von der Grundidee ist es so, dass er jetzt praktisch das wieder abgibt und jetzt sitzt er wieder in seinem quasi klassischen Job und ich habe ihn ja besucht und er hat mir das gezeigt. Er sagt, da sitze ich eine Woche dran und das habe ich erst in ein oder zwei Stunden gemacht, vor zwei, drei Monaten in meiner Testphase. Also er selbst sieht allein, ist die Entscheidung nicht schon getroffen? Alle Menschen, die Trainer sind, müssen sich verweigern, aber es ist sehr verlockend, es nicht zu verweigern, sondern damit zu spielen und es zu tun. Ja, die Firmen machen es. Er ist ja Angestellter, also er muss es ja machen, es ist eine Aufgabe. Und ich habe zu ihm gesagt, mach es, weil wenn die KI kommt und er hat keine Ahnung von, ist er als Erster auch draußen. Also die Filmindustrie ist higher and higher. Da habe ich gesagt, wenn du jetzt, der ist jung, der ist ja im Anfang an dabei, der wird in 60 Jahren erzählen, ich war noch in der ersten Generation KI dabei. Ah ja, das sind so die. Das, was ich die ersten 20 Jahre KI-Learning gemacht habe, das brauche ich heute alles gar nicht mehr. Ja, vor allem weiß man dann auch oft die Basics. Das ist ja schon, wenn ich, ich habe Photoshop 1.0, wer hat das noch gehabt in Deutschland? Außer mir so gut wie keiner. Aber ich weiß die Basics, ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, wie das funktioniert. Und das macht schon auch was aus. Also spätestens, wenn du eine Abteilung leiten willst oder sowas. Von meiner Seite aus hätte ich noch ein Abschlussthema zum Ende, aber deswegen will ich nochmal in die Runde fragen, ob es für euch noch Themen gibt. Auch du hast ein paar Stichpunkte. Wie sieht es aus? Gibt es noch Dinge, die du ansprechen und fragen möchtest? Da muss ich mal schauen. Also, es gibt ja den Splittercast, das ist der Max, der den macht. Gruß. Wir sind gerade in dem zweiten Handlagerarchiv, lieber Max. Das, was du noch nie gesehen hast. Wir sitzen mittendrin. Wir sind auf der anderen Seite von Splitter. Gruß zu dir rüber. Wollte ich nochmal loswerden. Falls es um die Geburtstagsedition geht, weil es die letzten Themen immer war, da gibt es nicht viel Neues. Wir haben es jetzt so, wie du es damals gesagt hast, dass es vielleicht kommt, es kommt halt jedes Jahr eine Geburtstagsedition dazu, hat sich wirklich etabliert, was damals nur eine Idee war. Da hatten wir jetzt die sieben Leben des Falken vergriffen, die Aquanauten, es war einmal in Frankreich, Kasa, schon vergriffen, die siebende Leben des Falken, zweiter Zyklus und jetzt, diese Tage oder nächsten Monat, glaube ich, kommt Muchacho. Nur der Vollständigkeit halber, falls jemand alle Podcasts, Folge 52, 63, 75 und jetzt diese Folge hinterher weghört, es schließt weiter an, an die Geburtstagseditionstitel. Ja, quasi das einzige Produkt, wo wir von Anfang an immer gesagt haben, das ist dann eine wirklich limitierte, einmalige Sache, weil fast alles andere, was wir machen, soll ja nicht limitiert sein. Es gibt es, wenn es limitierte Ausgaben beispielsweise gibt, gibt es immer noch parallel die nicht limitierte Ausgaben, also es gibt ja immer so Deluxe und was weiß ich, wie man das immer nennt. Das heißt, das hat immer noch die, also der Comic geht nicht an den anderen Interessenten vorbei, hat man bloß diese Sonderausgabe nicht und wir haben es natürlich auch ausgeklingt, das hat aber diese Spezialität mit den Diamant-Ausnahmen, diese überformatigen Großen, da haben wir auch gesagt, da können wir nicht garantieren, dass wir immer eine ganze Serie bringen oder neu auflegen, aber die Geburtstagsbände sind einfach eine einmalige Geschichte, dass wir sagen, einmal im Jahr haben wir wirklich einen Titel, den da sollte man zugreifen, vorbestellen, wenn man es will und weil sie halt bibliophil und das ist ja die Art der Aufmachung. Richtig hübsch. Es gibt ja kaum, also es ist einfach so eine Idee gewesen, das haben Dirk und ich halt gesagt, was kann man, oder was gibt es nicht, das ist eine Edition, in der ja 20, am Schluss, also jetzt, wenn wir es 20-Jährige haben, nächstes Jahr, dann haben wir dann 20 Bücher, das war ja die Idee so, dass wir gesagt, zum 20-Jährigen haben wir es, weil wir hatten dann erst 15, das habe ich glaube ich so damals ja erzählt, mit 15 sind wir ja gestartet, weil wir gesagt haben, wir wollten das nur alle fünf Jahre machen, aber die Problematik war, dass die Leute ja nicht so lange warten wollten und dass wir dann irgendwann mal gesagt haben, mit der jährlichen Erscheinung ist es einfach nur noch ein Geburtstag, weil vorher war es ja Jubiläumsband und jetzt ist es ein Geburtstagsband und wer weiß auch, ob wir über 20 geworden wären, das weiß man ja alles nicht, solange wir existieren, gibt es einfach ein Geburtstagsband und dann sind das jetzt 20 Künstler, 20 verschiedene Alben und von verschiedenen Künstlern, verschiedene Serien, aber in der Aufmachung passen zusammen, ist eine bibliophile Ausgabe, also so ein bisschen so dieser Duden und was weiß ich, Gedanken, wo auch ganz unterschiedliche und ist ja auch so ein bisschen aufgemacht wie so eine Duden-Optik. Gibt es davon Komplettsammler, weißt du das? Ja. Ach, das will ich auch vermuten, ja, mehr als die Hälfte, also so wie wir es wissen. Okay, beachtlich. Michael, was sagt denn Stichpunktzettel? Es gibt eine aktuelle Sprechblase Nummer 249, die hat eine Seite zum Thema Blattgolds Zack-Edition, die hat eine Seite zum Thema Überwältigend, Bernd Weckerts Opus Magnus über Zack, da geht es um die Spannung, Spaß, Spannung, Abenteuer, diese Chronik zum Zack, erschienen beim Alp Verlag. Obwohl auch gerade jetzt vergriffen ist angeht. Gerade jetzt beim Verlag vergriffen. Es gibt eine Seite über die DIN A4 Comic-Hefte, auf dem deutschen Markt an Bahnhofskiosken vom Zauberstern Verlag. Es gibt vier Seiten über Blut auf der Prärie, das ist ein Comic von Paul Wellmann und Alberto Er liebt damals eine Cobra schon. Genau, und die letzten 20 Seiten sind auch noch dann von dem Comic dabei. Danach, weil das Thema Western gerade ist, kommt noch fünf Seiten über Little Big Horn, was da so einen Fluss über Film und Comics gab. Und es gibt auf der Seite 63 eine Werbung, davon muss ich jetzt nicht erzählen, aber es ist halt vielleicht für einen Steffen interessant. Joker the World, bei Panini erscheint dieser Band, der von Thorsten Sträter und Ingo Römmling ist. Ja, und der ganze Band ist nicht von ihm, sondern der Teil der deutschen Teil genau spielt. Es gibt auch eine Version mit dem Kaffee vom Ingo dann. Das sind einfach nur Themen, die die Hörer von den letzten Splitter-Episoden wahrscheinlich vielleicht interessiert. Echt? Ja, sag ich jetzt mal so. Bist du dir sicher? Ich dachte, du hättest jetzt irgendwas von Splitter ausgegraben in der Sprechblase. Nee, das nicht. Splitter ausgraben kann man ja jeden Tag, jeden Monat. Also Malissa, die 1998 bei Splitter Alt begonnen hat, dann bei Carlson für erste Bände rausgekommen sind. Ist jetzt auch 18 geworden. Ist 18 geworden. Genau. Da ist jetzt der 18. Band rausgekommen. wie der Geburt. Und die ersten fünf Bände von Carlson gibt es ja in der Gesamtausgabe bei Splitter. Und soweit ich das gesehen habe, kostet die immer noch nur 39,80 Euro. Die ist gar nicht teurer geworden. Also wenn irgendjemand viele Seiten wunderschöne Fantasy-Comics möchte, kann er immer noch Malissa Gesamtausgabe 1 mit den ersten fünf Bänden lesen für 40 Euro. Wie im Original. Ich glaube 75 kostet in Frankreich. Und die kleiner ist. Also das doppelte Knacken. Krass. Aber jetzt konkrete Fragen hast du keine mehr jetzt, oder? Das hat sich so... Nö. Das böse Wart mit M willst du auch nicht nochmal einbringen. Jetzt machen wir eine Pause und nachreden wir nochmal zwei Spitte und Magazine. Ob da die bei Splitter kommen werden. Ich dachte, wie man mit Sprechblase angefangen hat, jetzt kommt gleich doch mal was in der Richtung. Oder ob es Taschenbücher oder Magazin die Zukunft von Splitter wird. Die Magic Attack von Splitter. Genau. Da haben wir ja schon alles drauf waren. Also du hast ja vorhin auch noch gesagt mit dem Thema Softcover und das Thema wo geht man denn hin am Markt und sowas. Das Problem ist ja nicht das Softcover, sondern einfach die, die jetzt vom Comic auch mir noch nicht zugehört haben. Für mich ist immer ein ganz großes Thema. Ich muss im Prinzip ein Softcover auf einem anderen Weg verkaufen als ein Hardcover. Das ist eigentlich im Buchhandel so üblich. Es ist auch so, dass zwar es gibt zwar die klassische Broschüre im Romanbereich, aber sobald Bücher etwas über eine Broschüre hinaus sind, dann sind sie immer auch Hardcover. Auch 90 Prozent der Kinderbücher sind Hardcover. Bilderbücher, Bilderbände. Das ist also einfach dem Buchhandel immanent. Das ist also damit eigentlich mehr oder weniger integriert. Und wenn man jetzt als klassischer Albenleser immer an diese alte Ära des Magazins denkt, dann war ja quasi Carlsen als, ich habe es ja dafür auch gemacht, aber als große Ausnahme mit Softcover unterwegs. Das war nicht die Branche. Die Branche war auf einem anderen Level. Und das Softcover, das war ja einfach aus den technischen Grinnen, Broschur billiger zu produzieren, das war der Kioskmarkt. Und auch das ist ja das, wo man halt einfach sagt, warum macht man das nicht? Warum geht man nicht in höhere Stückzahlen, höhere Verkaufszahlen, niedrigere Preise? Der Kioskmarkt ist einfach für die klassische Genese von Comic-Inhalten nicht zu erobern, weil die Produktion der Comics so teuer ist in dem, was der Inhalt bietet. Das heißt, ich habe doppelt und dreifache hohe Produktionskosten in einem Comic pro Seite gegenüber den normalen Magazinen. Das heißt, wenn ich heute ein Magazin habe, Fotosammel, so und so irgendwas, also jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von Magazinen, die Fachmagazine sind, die haben wieder andere Vorteile, aber von Magazinen, die einfach so Lifestyle leben, was weiß ich, da kaufe ich heute zwischen 50 und 80 Euro maximal einen zweiseitigen Bericht ein. Mehr kostet er nicht. Das heißt also, 40 Seiten Oberkante kostet zwei Seiten Comic als eigene Kreation. Und das ist halt eben die Situation, dass im Comic-Bereich wir da nicht von 80, sondern vielleicht von 200 die Seite, also von 400 reden. Der fünffache Preis. Ich müsste also praktisch, wenn ich sage, ein Magazin ist mit 50 Seiten durchkreiert, das fünffache Verlangen im Endeffekt, wenn ich also die rein genese, also meine Produktionskosten sind dieselben am Schluss hinten raus, aber ich müsste eigentlich, ich weiß nicht, also das habe ich vorhin, wie das Mikro auswahl, habe ich das in der Runde gesagt, ich kann in der normalen Kalkulation ein Softcover im Kiosk nur für denselben Preis verkaufen wie ein Hardcover im Buchhandel. Das heißt, ich werde nicht billiger. Ich muss praktisch eine, weil ich rein kalkulieren muss in andere Margen, also der Transport und der Verkauf geht und das ganze Push-Verfahren geht auf Lasten des Verlages. Im Buchhandel ist es ein bisschen anders da. Dann bekommen wir ja den Transport abgenommen und die Verwaltung der Bücher. Auch das Bezahlwesen ist ein anderes. Und deshalb ist der so teuer, dass der Kioskmarkt mehr oder weniger für so eine Buchkreation eigentlich grundkalkulativ nicht einen Euro Vorteil bringt. Also das heißt, man kann sowas tun, aber jeder würde es nicht verstehen. Wieso sind die Bücher jetzt billiger, schlechter verarbeitet, kosten immer noch so viel. Aber dann nimm doch Material, das schon veröffentlicht wurde, ist, nimm das doch als Zweitverwertung, nimm doch die Turtles, nimm doch irgendwas, mach die halb so groß im Gesamtformat. Ganz im Ernst, was da in Qualität, an Detail verloren geht, ist vielleicht verkraftbar. Und dann machen wir da halt irgendwie einen super dicken 300 Seitenband raus für 15 Euro. Warum gibt es den nicht? So ein Taschenbuch mit den Turtles. In der Zweitverwertung, also irgendein Material, das sich bereits refinanziert hat, was man jetzt nochmal benutzt, um schöne Sachen mitzumachen. Ja, jetzt kommt halt da, wo jetzt der Buchmarkt aufhört, da fängt der Kioskmarkt an. Das heißt, ich bekomme über einen professionellen Vertrieb, wenn ich über Deutschland weit vertreiben will, bekomme ich eigentlich unter 15.000, 20.000, ja gar nichts abgenommen. Das heißt, ich muss in einem Buschverfahren, also wenn ich jetzt sage, ich bin bei einem guten Vertrieb, dann muss ich im Prinzip sagen, ich gehe mit dir, sagen wir mal, in jedes zweite Kiosk, und das machen wir für, sagen wir mal, Mittel- und Süddeutschland, und dann habe ich im Prinzip 20.000, die ich herstellen muss. Die muss ich auf meine Kosten da reinpushen. Ich kann da nicht experimentieren und sage, ich druck mal 5.000, weil der Vertrieb da gar nicht dazu greift. Er sagt, was interessiert mich das? Weil ja das Einzelprodukt so kleinteilig gerechnet ist, dass das praktisch sich nicht rechnet. Das heißt also, jetzt so ein ganz klassischer Vertriebler, mit dem ich dann da rede, der sagt, ich muss einen Vertrag mit dir machen, da müssen bei uns, ich sage jetzt einfach mal, ein Betrag x 5.000 Euro hängenbleiben. Wenn ich aber 5.000 Euro nur 5.000 Bücher, dann wäre ja 1 Euro nur für den Vertriebler, für die Organisation, das musste mal 5.000, das sind schon 5.000 oder 6.000 Euro. Das ist schon dasselbe Preis, den das Ganze eigentlich im Kiosk, wo viele denken, nur kosten wird, wäre schon nur der Vertrag. Das heißt, ich komme da nicht hin, ich muss 20.000 oder mehr produzieren. Und wir haben es ja gemacht bei den Schlümpfen, wir waren bei 40.000 bei den Schlümpfen. Und je höher ich komme, dann komme ich in diese Situation, dass ich am richtigen Punkt, im richtigen Moment, an der richtigen Stelle sein muss. Das heißt, wir haben das gemacht, das war, ich weiß noch, was war der Fußball-WM, es war im Sommer, wir haben Sommerrede gemacht, eins mit der Olympiade. Wir sind immer, wenn was war, sind wir mit den Schlümpfen ans Kiosk gegangen, mit 40.000, 45.000. Und wir waren zweimal bestverkauftes Kinder-Jugend-Magazin am Kiosk. Bestverkauft heißt aber nicht irgendwie 100%, sondern es war in unserem Fall, das Beste war 27%. Das heißt, ich muss auch die Kalkulation so auslegen, dass ich 73% der Bücher entweder einstampfe, zerstöre, dann habe ich ein moralisches Problem für mich, auch das ganze Thema Ökologie, Ökonomie, aber so funktioniert der Markt. Oder auf der Messe verschenken, das habt ihr glaube ich auch gemacht. Oh, das haben wir auch schon gemacht, genau, wir haben einen Teil auch verschenkt, aber, oder man verkauft wirklich für 5 oder 10 Cent dann irgendwelche Rammtische, Rammstische oder so, Körbchen, die dann auch wieder ihr Geschäft machen. Es ist einfach eine, wie soll ich das, eine so niedrigschwellige Vermarktung der Produkte und jetzt haben wir ja zum Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel mit den Schlümpfen, wir haben ja einen Lizenzgeber, der ja auch die Markenwert und Markenkern und was weiß ich hochhalten will. Das kann man jetzt nicht mit jedem machen. Ich kann mir also jetzt nicht hingehen und kann die Schlümpfe ständig verramschen und kann, ich nehme jetzt mal die Ninja Turtles, die kann ich jetzt nicht als hochpreisig, hochwertiges Produkt für 40, 50 Euro als dicke, große Gesamtausgabe präsentieren und kann sie nachher am Rammstisch, was kosten die, 2 Euro, die Tüte sind 7 Comics drin und was weiß ich und noch irgendwie so, was weiß ich, ein Tischtennisschläger. Das ist dann immer so, in der Tüte ist ja auch immer so ein Gimmick dabei, also das, was die da machen. Schläge. Ja, die legen immer was dazu. Es ist immer so, ich kriege diese Bundle-Angebote schon rein, aber das sind immer, dann sage ich ja, was ist denn jetzt mein Comicwert? 20 Cent, 30 Cent, Verkaufspreis, Kunden. Weil 2 Euro, 10 Produkte drin. Das kann ich ja nicht gleichzeitig machen. Und der Lizenzgeber sagt auch, entweder oder. Du hast, jetzt bin ich wieder bei dem Zauberstern, die da ihre Magazine auch am Kiosk haben. Das ist ja wirklich auch jetzt nicht so, nicht zu vergleichen mit Java oder so. Du hast uns aber auch gesagt, das waren ja zum Beispiel auch, es geht immer darauf, dass eine bestimmte Lizenz, wenn du dich darauf spezialisierst, das sind wir als Verlag hat nicht, wenn ich jetzt praktisch den europäischen Markt abgrase, kriege ich bestimmt 5 oder 10 Lizenzen, die auch noch Popularität, Bekanntheit haben. Die so günstig sind. Und so ein Partnerstand irgendwas aus den 5.000, 6.000 Jahren. Ja, wo ich einfach generell, ich sage einfach für 3.000 oder 5.000 Euro, was weiß ich, kaufe ich die Lizenz und dann mache ich daraus, was ich will, so quasi, wenn ich also nur einen Vertrag hätte. Aber so ist es ja nicht. Für mich heißt es ja praktisch, wenn ich heute hingehe und sage, ich kaufe die Schlümpfe ein, dann muss ich einen Fixum von 5 oder 10-Fachen dafür hinlegen. Also ich muss praktisch einen Umsatz, Mindestumsatz generieren, dass ich wieder Auflagen à la Asterix drücken müsste. Oder ich komme in die Situation, dass ich das Produkt, wie soll ich sagen, ich habe es umsatzbeteiligt oder sowas ausgelegt. Das heißt, sobald ich es besser verkaufe, ich muss also immer was abdrücken dafür. Ich muss Lizenzen wie verkauft denken. dann geht es genauso wenig, weil ich habe praktisch alles, was ich dann in diesen Push-Verfahren rausgebe, muss ich bezahlen, ob ich es verkauft habe oder nicht. Weil ich ja die Lizenz kaufe. Ich kaufe ja nicht den Verkauf, das ist unser Risiko. Ich kaufe ja eine Lizenz. Also wenn ich jetzt irgendwo sage, 50 Cent oder ein Euro liegt in einem Buch bei uns, also ein klassisches Comic, ein kleines Comic hat einen, also die größere Comic hat, zwei, drei Euro Lizenz oder sowas pro Stück. Die muss ich ja bezahlen, auch wenn ich das Buch nicht verkaufe. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist der Gatekeeper, wie es da so schön heißt, für den Abverkauf, in dem Fall eben dann der Vertrieb im Zeitschriftenhandel. Du kommst gar nicht so rein mit den Zahlen, die wir realistisch als Comic-Schaffende quasi überhaupt anbieten können. Das heißt also, wir verdienen zu wenig dafür, dass wir zu große Auflagen machen müssen und die Lizenzprobleme gibt es auch noch. Wir müssen also selbst in irgendeiner Form beim Endkunden landen und zwar ohne diesen Vertrieb und das ist die mannste Herausforderung, die ich da jetzt gerade für mich erkenne. Das heißt also, wir müssten Selbstverträge mit Aldi, Lidl und Co. machen, damit die das vor Ort auslegen. Das ist der Unterschied. Wollwort hat das bei Wollwort bei Müller gehabt, da gibt es solche Sachen ja exklusiv mit Panini, die haben diese Exklusivverträge gehabt. Kaufland hat das scheinbar auch eben so was. Wo ich nicht weiß, ob die funktionieren übrigens, das muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob sie das rechnet. Das ist aber genau der Unterschied, das sage ich immer zu diesem niederländischen Vertriebssystem. In Niederlanden gibt es so zwei, drei Spezialvertriebe, die verkaufen die Comics in den Urlaubsgebieten am Strand. Wenn du da diese Suske Whiske und sowas hast, dann kannst du Suske Whiske kaufen im Schulladen, am Kiosk, was weiß ich. Den kannst du in derselben Ort in zehn verschiedenen Läden, in einem ganz kleinen Kaffee, in zehn Läden wird angeboten. Da fährt ein Transporter rum und der hat Direktkunden, das sind Direktverträge und das sind auch so diese, wie heißt das, auch dieser Seemann, diese kleine Kette oder sowas, wie hier so NKD-Markt oder sowas. Seemann heißt der. Seemann, die machen auch Betten und so ein Kram, oder? Machen die auch Betten und sowas mit Z, Seemann? Ja, genau. Ja, ja, alles mögliche. Aller Weltsladen, die haben auch immer Suske Whiske. Die haben einen Generalvertrag und das kannst du in jedem Seemann, also vor zehn Jahren, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber es wird immer noch dasselbe System sein, da kannst du die in jedem von diesen Läden kaufen. Waren die immer da, waren immer präsent. Da es ja 200 Stück gibt, nicht alle, immer nur so 30, 40, die Nummer 17, 57, 235, was halt gerade mal gedruckt wurde, wie zwei, drei, fünf Zoll in der Auflage, weil die fahren mit einem Sammelbus und dann legt an der Tür, Ding Dong, das Paket mit 50 Stück ab. Da ist kein Zwischenhandel dazwischen, da ist kein Versand dazwischen, da sind keine Remissionsrechte dazwischen, sondern es wird einfach das Paket hingelegt und wenn der Verkäufer sagt, da packen es alle, dann kommen die fünf oder zehn oder 15 Tage später, immer mit dem Transporter, hat nicht nur die Komis, hat auch andere Waren, und dann liegt dieses Paket dabei. Das läuft also mit, das ist so ein bisschen wie Bücherbus, wenn man es jetzt mal philosophisch sagt, wobei Bücherbus wie der Buchhandel ist bei uns. Das ist nicht das System vom Verkauf her, das ist reine Buchhandelsgeschichte. Aber sowas, da funktioniert das und das ist ja das zum Beispiel, auch Bücherbus ist ja auch, wo viele Projekte machbar sind, die ohne Bücherbus nicht gehen. Wäre das sowas auch ein Konzept in der Form vorstellbar für Deutschland? Ja, wenn der Handel das, das geht natürlich dort zum Beispiel Urlaubsgebiet, weil natürlich tausende von Touristen mit ihren Kindern abends am Strand lang schlöndern und ich meine, warum tut er in den Schulladen Comics verkaufen? Das kann nicht funktionieren, wenn die jetzt hier in den Schulladen Comics anbieten. Das muss natürlich etwas sein, wo Mama, Papa und die drei Kinder schlendern und wie gesagt, die Gattin sucht nach ihren neuen Stöckelschuhen oder die Badeschlappen sind gerissen vorhin, da kaufen man und die Kinder stehen nebendran. Und selbst wenn in Deutschland ein Schulladen Nein sagt, dann wäre es ja schön, wenn ein Comicladen Ja sagt. Aber ein Comicladen hat schon seine zwei, drei Vertriebe, wo er immer bestellt. Alles, was er nebendran macht, ist eine extra Arbeit, ein extra Aufwand für irgendwas, das jetzt überhaupt nicht verheißungsvoll aussieht. Es sei denn, du als Comicladenverkäufer siehst das und denkst, oh, das ist ja der Hit. Daran glaube ich, da mache ich mit dir jetzt ein extra, also angenommen, du gehst selbst von Laden zu Laden, weil du ja keinen Vertrieb beauftragst, dann kann es sein, dass er da einen extra, ja, was weiß ich, Kommissionsvertrag oder irgendwas mit dir macht. Das heißt, dass du die Dinger da lassen kannst und vielleicht verkaufen sie sich. Aber Müller und Co. all die, das sind ja in irgendeiner Zentrale werden Verträge geschlossen und wenn die gerade genug Verträge haben, dann kann dein Produkt so toll sein wie nicht. Dann kannst du im halben Jahr nochmal wiederkommen. Wenn sie immer noch viele Verträge haben, kannst du im Jahr nochmal wiederkommen und hast du irgendein Produkt, das nach sieben Jahren du keine Lust mehr hast, dann nochmal nachzufragen. Weil du willst eigentlich innerhalb der sieben Jahre auch schon was verkauft haben. Das ist, also manchmal ist es schwierig, irgendwo reinzukommen. Ja, das glaube ich sofort. Mir fällt immer nur dieser Stapel von Asterix Softcover-Bänden beim Discounter ein. Klar, das kalkuliert sich alles anders, ist mir schon auch klar, als wir das jetzt vielleicht hier besprechen würden. Aber es gibt da durchaus, also diese Wühltische für Kinderbücher und Ausmalbücher gibt es auch beim Discounter. Ich denke immer zuerst an Discounter, weil ich da scheinbar viel unterwegs bin. Aber das wäre doch auch irgendwie... Das ist ja oft kein Erfolg. Das heißt, wenn du heute in einem... Abverkäufe dann, die schon übrig geblieben sind irgendwo... Ja, wenn du so einen 5-Euro-Tisch hast oder 2, 3 Euro, da sind die Bücher ja für 10 Cent, das sind ja quasi die Ramschwar. Das ist eigentlich auch etwas, wo du schon überlegst als Verlag, wo das schon teurer ist, das jemandem zu verschenken, als es einfach in die Papiermühle zu nehmen. Weil du musst es trotzdem verwalten, du musst es trotzdem lizenzieren. Wie ich ja gerade gesagt habe, hast du eine Top-Lizenz, zahlst du dann vielleicht einen Euro oder zwei Euro pro Buch-Lizenz, hast du aber für 10 Cent verkauft. Da legst du zwei Euro pro Buch auf. Also das kannst du alles... Und das hat wieder mit den individuellen Verträgen zu tun. Wenn das so ein Generalvertrag ist, wo es passt, kann sowas mal funktionieren. Aber unser Geschäft ist praktisch auf Gegenwart, ongoing. Also eben auch gerade so Klassiker kann man halt rausbringen, weil manche sind Rechte frei oder werden eben nur ein Paket verkauft. Da ist auch den Amerikanern, mit denen haben wir ja ein paar Verträge, denen ist auch die richtige Auflage und die verkauft, das ist eigentlich egal. Die sagen einfach nur, ich sage jetzt einfach, Betrag x, 6, 7, 8.000 Euro und so eine Drehung. Das muss es sein und dann kriegt er die Lizenz. Der Rest interessiert die gar nicht mehr groß. Da müssen sie hinterher nichts mehr nachprüfen. Ja, die haben die Strukturen dafür, die Abteilung nicht. Die können es ja noch nicht immer richtig juristisch gesehen nachprüfen, weil die Prüfung des Verkehrswesens hier in Deutschland, das geht innerhalb der EU einigermaßen recht und schlecht. Die EU ist ja auch schwierig. Da ist es ja mit der Besteuerung und Steuerfreisetzung und Boppelsteuerung, Lizenzbesteuerung, da ist das alles irgendwie geregelt. Sobald du noch ins außereuropäische Ausland gehst, ist das ja ein Abenteuer. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Mangas, das werden wir ja alles feststellen, wenn wir jetzt in Zukunft mehr einkaufen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob das sauber läuft, finanztechnisch gesehen. Trotzdem gibt es Einzelfälle. Also es gibt, hat in Köln gegeben einen, der hat da studiert, der hat nebenbei die Kölner Stadtgeschichte als nicht talentierte Comiczeichner gezeichnet, das jeden Abend nach Studiumarbeit durch die Kneipen und hat dieses selbst gedruckte Heft den Kunden der Kneipe angeboten und hat über 20.000 Exemplare verkauft. Der hat sich damit in diesem Einzelfall sein Studium damit finanziert. Der hat auch sogar noch nebenbei, wenn das derselbe ist, auch noch andere Comics verkauft. Hinterher hat er das noch adaptiert für andere Städte, genau, ja. Oder andere Comics. Der hat auch andere Comics einfach aus den Läden oder wo er sie bestellt hat, keine Ahnung, und hat die auch noch verkauft. Also es war praktisch so ein fliegender Händler, wenn du so willst, der ist da rum, hat seinen Comic angeboten, hat aber auch, sag ich mal, einen neuen Donald Duck oder einen Asterix oder irgendwas dabei gehabt. Alles klar. Die Herren, ich merke schon, es gibt noch ganz viele Themen, die wir eigentlich irgendwann mal besprechen müssen. Es gibt Dinge, die wir prognostizieren und die wir vielleicht irgendwann mal auch in einer Folgeausgabe besprechen müssen. Und damit hat sich eigentlich schon für mich persönlich herauskristallisiert, dass das hier ein erfolgreiches Wiederaufleben einer Tradition gewesen sein könnte. Und ich habe die wirkliche Hoffnung, dass ihr das Gespräch in einem oder meinetwegen in zwei Jahren, aber gerne auch in einem, wieder irgendwo fortführen können. Vielleicht nochmal bei einer Veranstaltung, vielleicht auch, liebes Publikum, wenn es euch interessiert, gerne auch mal auf einer Bühne. Das ist gerne Feedback, das ihr uns spiegeln könnt. Zuletzt haben wir ja in Erlangen und auch in München regelmäßig Bühnen für Veranstaltungen gehabt und ich bin mir sicher, dass Menschen wie Horst Gotter nicht genug Bühne bekommen können. Also das meine ich positiv, weil sie was zu erlangen haben und das einfach toll ist. Lieber Steffen? Du musst noch den Claimer jetzt sagen. Sie hörten den ersten vollkommen KI-generierten Podcast. Da bin ich mehr sicher. Also ich mache ja eine Nachbearbeitung, das ist eine Soundoptimierung und die schreiben ganz offiziell schon KI drauf auf das, was sie da machen. Aber ich glaube, es sind eigentlich mehr so Algorithmen und da tue ich mich schwer, das als KI zu bezeichnen. Naja, wenn die so bezeichnen, werden die dann noch beantworten. Aber die gibt es auch schon viel länger. Die gibt es schon ganz schön lange, mit denen ich es mache. Lieber Steffen, lieber Marshall, lieber Horst und lieber Leger-Legender Aka Michael, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Von meiner Seite. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.